den der komplette die Heddy die Kamera steht ein bisschen scheiße das war für die Habe du Huhu wenn ich jetzt so zocken würde ist die Kamera eindeutig zu niedrig mach doch mal ein Stück hoch hier das ist zu hoch nochmal ein Stück runter das ist irgendwie zu weit fuck man das wird wieder zu niedrig sein sorry für dieses Profi-Equipment hier die Kamera macht was sie will und nicht was sie soll Mann ja, Mann so jetzt müssen wir nur hier die ganzen Bots einschalten und die ganzen geboosteten Zuschauer einschalten geht sofort alle einschalten weil wir haben ja nun keine echten Fans und Zuschauer was heißt Fans, Fans haben wir sowieso nicht keine echten Zuschauer, die sind alle gebottet dass die Leute sich so lächerlich machen sooo das kann ja nicht echt sein die zu zockerteilen das ist ja nicht das ist ja nicht real bing hier Wetter legt den ganzen Squad alleine bei vorne der Bärlos der hat kein Problem schlagt alle auf mich drauf ist mir egal alles PS Plus Spieler die merke ich sofort ne, ist so, ne das merkt man, ne die spammen einfach nur ihren Heavy-Hit oh Gott das wird bei mir wahrscheinlich nicht anders sein wenn ich das Spiel wieder anhauen Girov Pita die ganze Zeit ich liebe die Nuss Girov Pita so da ist der Hedi Wo sind die Berlo hört sich an wie so ein 68-Jähriger schreibt Juma Wie Was war 68? Keine Ahnung Bin 38 geworden Ja, lass mich in Ruhe Geh auf die 40 zu und bin sensibel Worüber weißt du eigentlich, dass das mehr du ist? Das könnte ja auch jemand anders sein das siehst du ja gar nicht Ist so Hä? Money on my mind So Saison Bestenliste Squad Platz 99 Das muss ich denn noch erledigen Alle, hab ich noch irgendwelche Aufgaben Acht Kills auf We Candy Der Rest hab ich schon alle lashed Und Molotow Kills, genau Acht Kills auf We Candy hier mit einem Molly abgehend Eieieieieieiei Was für mein Team bricht ein? WTF? Ist schon so weit? Er hat sich verraten Du hast dich verraten Baby Ich hab mich verraten Erste Runde hier Erste Runde hier Wollen wir nochmal gucken, was hier abgeht Mani und Mama Ali Kobra IQ Zain was? Zain Vira Ali Kobra IQ Und Armit Jar Ja Nim IQ спark Ich brauch eigentlich nur noch einen Molotow Dann geht es ab Dann geht es ab Dann geht es ab Dann geht es, dann geht es Dann geht es Dann geht es So wieG Dann wird alles Dann Lehrchild Ich würde aber gerne nach P объjsell mit ner Waffe krallen und 8 Kills mal aber hier ist ja nicht mit Handy also muss ich eigentlich ja nur Dailies kann ich weglassen Woche 1 kann ich weglassen Woche 5 war Komme in Top bei Solo Kein Bock auf Solo Mich auch weglassen und hier waren das halt 3 Kills mit Molly machen und Duo Molly Dacia Fogun Machen wir das mal So Es passt aber Ja So Es passt aber Einige Was ist denn los Was ist denn los? Ja lad an wenn du tot bist Ne Bro Ja Kriegst du auf den Sack gerade oder was? Nein Ich hab da gesagt Ich hab mit dir PUBG Muss das sein Ich hab vor allem Was ist das Fleisch? Ich hab vor allem Stream aus gehabt Weil ich äh Dachte mir Komm grindest halt ne Runde Die Jungs waren auch alle voll Gespräch Ich hab eigentlich voll wacke gemacht Ich war nur so gechillt weißt du haben schon geschnackt Mh Mit dem Forza geht das nochmal gut klar Mit dem Forza Oh Oh Was ist das denn alter? Was ist denn hier los alter? Du glaubst gar nicht wieviel Leute hier sind Na kann ich die nicht reinlassen? Oh ist mir immer leid Oh Was ist denn jetzt tot? Einmal ein Squatter oder was? Nein also alleine mit dem ganzen Araber Maba Aber der trifft mich nicht mal hier Schau Oh die Ich hab auf jeden Fall zwei Kills auf meinem gewissen Digga Ich hab die einfach nicht in die Tür reingelassen Hier waren grad vier oder acht Leute alle auf einer Stelle Die wollten alle wieder ins Haus rennen Ich hab die einfach nicht reingelassen Und bin einfach in die Tür gekrabbelt weißt du Dass die da nicht reinkommen Dadurch sind sie alle gestorben Hihihi So jetzt können wir Jetzt können wir Böcker Müde Bin on Da Forza Komm ran Du altes Nudelbrett Wo ist er denn? Furza Hä? Wo ist denn Forza? Wer war das noch? Ach so der andere ist müde Ja André Ja André Ja André Er hat mal Er ist Ich bin Josch Ich bin ein Wo ist der Faser? Was geht ab? Der Lachs geht ab? Der Lachs geht ab? Richtig, richtig ab geht er. Geh mal lieber Pendoc, leg die hin. Aber tu mir den Gefallen und stell vorher die ganzen gebordeten Zuschauer ein, damit unsere Hater auch wieder einen Grund haben uns zu melden. Lalalalalala. Oh. Rücken, Schulter, Nacken. Berlo. Hast du was zu mir gesagt? Habe, doch, habe dich nicht verstanden. Hallo. 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 Kommen wir da in den Katzkuchen raus. Ladung ein, ist raus. Hast du nicht geschlafen, Forza? Ich habe gerade gepennt, ja. Ja, super. Haben wir ja einen fitten Forza hier. Ich schlafe in den Augen. Aber in den Augen sind sie auch voll rum. 40 Minuten, sagt er noch. 38 von 45, ja. Ah, ist egal. 38 von 45 Gigabyte, ey. Heute Abend können wir entspannt spielen. Berlo, mit vier Leuten kann man in eine Gruppe rein, ne? Oh. Bei Division eigentlich, oder? Ja, vier. Ja, dann lass dir guck, dann machen wir das heute Abend in Ruhe alle. Äh, ich habe gesagt, du sollst, bevor du dich hinlegst, doch mal eben die ganzen gebotteten äh, Zuschauer anmachen. Sonst haben die Hater doch keinen Grund, uns zu melden. Wir kriegen das doch von selbst nicht hin, deswegen brauchen wir doch die Bots und Mods und alles. André ist doch hier bei uns der Beste, der es einstellt. Wegen ihn habe ich 200.000 Klicks. Hehehe. Hier. Machen wir mal mit denen. Mit denen allen. Ist schon alles an. Scheiße, nur vier Leute, das ist aber wenig. Vor allem schreiben davon ja zwei, das sind ja dann nur zwei. Aber das ist aber schlechte Arbeit, André. Muss man ja aber echt mal sagen, ne? Das ist aber... Ich glaube, ich muss dich rausschmeißen, du. Muss echt so sein. Ach, Mann, ey. Ääh... Yo, hau weg den Scheiß. Hehehehe. Ey, hier ist das... Ist das dunkel oder geht das mit der Kamera? Irgendwie ist das hier dunkel drin? Ahh, das ist gerade... Bildschirm ist nicht hell. Warte, wie macht man das nochmal? So, PUBG anschmeißen, let's go! Ja dann aber mal, aber mal, aber mal Siki-Saki-Saki schnell. Die sind ja kurz alle zerlegen, das ging jetzt nicht anders. Die waren frech. Weil die gibt es immer noch, die Ganker, kennst du die noch, die so rumzappeln, wenn die dich gekillt haben? Nee, das ist richtig Salzgehalt fördern für mich, wenn ich so erzähle. Boah, werd ich da salzig. Verliert nicht mal einen Grund. Die spielen 1 gegen 4 gegen mich, verlieren alle, dann kriegen die mich zu viert. Einmal gekillt und ganken mich. Ja. Ich müsste die ganken. Hier geht die einzige Schatzloops. Aber das geht immer noch, meinst du, dieses kompletten, äh, voll abzappeln, ne? Ja, klar. Das haben die extra drin gelassen, ne? Ja, geil. Das haben sie extra drin gelassen. Der Plunder hat auch einen guten Mal gekriegt. Ja, weil das sieht richtig krass aus. Da geht der so in die Knie und so. Mhm. Das sieht funny aus, Dugger. Ich kauf mir der da extra einen Zeitdächer drauf. Weil ich klippe. Manni, oh Manni. So. Können wir jetzt. Können wir jetzt zu dritt durchstarten. Ich weiß nicht. Bei mir ist King auch online angezeigt, aber irgendwie. Ich glaub der... King schläft bestimmt. Er hat Bauchbeine pur gemacht, der kommt wahrscheinlich nicht klar. Jetzt geht der Fernseher wieder dunkel. Jetzt muss ich schon anfangen hier. Squad, äh, Quick-Join ist okay, ja, ne? Bloß kein Week-Handy. Kein Week-Handy. Spaß, Digga, auf jeden. Auf jeden? Bloß kein Wrangle, alter. Können wir hier mal wieder Headset umstellen? Wie, was? Wo umstellen? Was hast du das gemacht? Forza! Die ist voll leise bei vorne. In einem Raum, in einem anderen Raum. Du lukst raus in den Knopf. Ich hab' solche, Mannes. Ich hab' da noch Mund voll. Wie, unprofessionell. Yes. Ein schneller Essen rein schieben, so nach dem Schlafen. Das ist normal, ey. Was gibt's denn? Gebraten Nudeln. Hört man das piepen, ja, ne? Mh-mh. Ne. Ne. Boah, wie leise du jetzt bist, krass. Soll ich... Ja, ich wollte sagen, wenn ich mich jetzt lauter stelle, dann hat aber gleich der... Ne, das ist falsch von mir. Warte. Vor so'n Hörschaden. Den hat er zwar sowieso schon, aber da wollen wir jetzt nicht drauf zu sprechen kommen. Tchung. Wo ist, wo ist Wiki? Weiß ich nicht. Der ist auch, macht auch viel Training. Ach, zieht er durch, ja? Mh-mh. Aber weil er... Weil er so ne... Der hat ne kleine Milf da, die ihn trainiert, weißt du? Und er mag das, wenn Frauen ihm so den Ton angeben. Deswegen geht dein Pferd da jetzt immer hin. Weißt du? Auf Dominos. Ja. Auf Dominos. Ja. Hohohoho. Voll nicht das. Ich bin auf Dominos Pizza. Ja, ich find die nicht so geil. Da find ich die, die Hater und die ganzen Neider viel geiler. Und die ganzen gebotteten Zuschauer, die wir ja hier angeblich haben, die find ich auch viel geiler. Die sind halt echt cool. Ja moin. Oh, die sind schon wieder raus. Wer? Die Bottis? Die, die Bottis. Die drei. Haben sich gerade wieder angesprochen gefühlt. Zack, sind gleich weggegangen. Das kann ich mir nicht anhören hier. Das kann ich mir nicht anhören. Der Hedgehot. Mit seinem großkotzigen Mund weg. Ja, ja. Da bin ich. Live und in Farbe. Wer hat das gesagt? Ja. Ich find das. Nennt jetzt bitte alle Namen. Lakawi. Was sagt dir? Der Starkhw 29. Wasabi. Wasabi. Aber warum ist dunkel hier? Ah, ja. Guck mal hell. So besser? Guck mal, ich spiel heute mal ganz anders. Du spielst ganz anders? Ja. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig in die Hose. Ich camp jetzt nur rum und turtle mich ein. Ja. Ich hab auch gehört. Man kann hier Metz fahren und dann in der N-Singular anfangen zu bauen. Mach ich jetzt. Ich hack direkt die Palme da unten ab. Auf geht's. Ja, ich spiel heute defensiv. Richtig defensiv. Defensiv. Ah, damit du nicht mehr verglichen wirst mit, äh, damit man keine Vergleiche mehr zieht zwischen dir und Wiki. Ja, ist so. Ich bin dann ruhig da. Ihr habt das beide weg. Ich kann euch beide damit ärgern. Ihr mögt das beide nicht. Irgendwie muss ich euch ja fordern. Ich bin mal gespannt, wie das bei uns allen läuft, wenn wir jetzt demnächst mal eine vernünftige Rangliste vor der Nase bekommen. Es kommt keiner mit. Alter, was kommt auf die AFK, Leute? Eins, zwei, drei, vier. Und der eine ist schon unten und holt die alle. Da hinten fliegen vier Stück. Okay. Rechts von uns so gesehen, ne? Also, ja. Was heißt rechts? Siehst du, der hältst mich schon wieder los. Jetzt muss ich da hinrennen und die alle holen, Alter. Die kriegst du nicht, Digga. Vielleicht kannst du ruhig spielen. Die sind bei Forza, die kriegst du nicht. Nee, die sind bei mir. Nee, die sind bei dir. Siehst du die nicht bei dir da? Die sind direkt, weil deine Nase. Nein, Spaß. Warum kann ich jetzt schon nichts mehr tragen? Geht mir nicht. Geht mir... mir parkiert. Wo sind die denn? Da drüben hinterm Berg, oder was? Auf 35 sind die, ja. Hinterm Berg. Aber da ist, wie gesagt, Eiler ist da im Sturz nur gleich mit runter gegangen. Safe call. Ich spiel heut defensiv. Wo sind die denn? Ich hab schon ne Waffe. Ja, es liegt jetzt. War nur eine Pistole. Und los geht's. Oh, I love you all. Geht leider nicht anders. Wenn du sagst, da sind AFK Leute, die da? Vier Stück. Safe call. Vier Stück. Ah, da ist wirklich einer im Sturzflug auch neben den her. Ist noch gar nichts aufgebloppt, dann sucht er sich noch ne Waffe. Ja, jetzt geht's los, glaub ich, oder? Nee. So. Forza ist da. Wer ist los? Du bist ganz so falsch, Bär. Du läufst ganz falsch. Wenn du da hinten hin wolltest. Die Leute sind da auf 35. Da hinten. Aha. Falsche Berg. Die sind aber die, also, wenn die nicht schon weg sind, dann weiß ich auch nicht. Nein, scheiß drauf. Nee, aber es war, ich hab das aber eben gesagt. Nicht, dass du sagst, ich hab dich jetzt woanders falsch hingeschickt, ne? Nein, alles gut. Hier ist ein Zweierhelm. Der Mutant. Hier liegt ne UMP. Ne UMP. Ist der Randy eigentlich bei uns mit runtergegangen? Nee. Nee. Ist schon, jetzt eben schon raus. Achso, schon. Okay. Ah ja, stimmt. Ah ey, komm. Ich kann nicht durchs Fenster springen. Das sollte ich echt mal sein lassen. Ist nicht so förderlich für den Stream. So. Aber wieder mächtig. Noch nicht mal zwei Minuten on, Alter. Und die Zuschauer fliegen hier rein. Moin an alle, die so fein sind, dass der Stream angeht und die alle gleich auftauchen. Die Nacht. Wir haben jetzt eine, wir haben jetzt eine App, äh, gemacht für die Streamsniper, damit die auch immer wissen, wann wir on gehen und wo wir abspringen. Dies Ganze wird bald vorgestellt. Auf unserer gebotteten Seite. Ich hab, äh, ich leg nen Holo, das, 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 wenn ich... Ich hab nen Sechser. Woah, was? Sechser? Was grüßt ihr? Dann komm mit nen Rotpunkt. Dann komm her, dann krieg's nen Sechser. Habt ihr noch irgendwelche tollen Waffen gefunden? Eigentlich nicht, ne? Oder? Halle war leer mit Waffen, oder? Äh, kein UMP hab ich immer. UMP? Was ist UMP? Brauchst du... UMP. UMP. Umpadumpa. Umpadumpa. Ja, wie gesagt, wir können ja trotzdem mal da hinten hingehen, weil mich das wundert, dass die da alle noch rumstehen, so mehr oder weniger. Oder wir gehen in die Zone. Was sagt er? Wollen wir mal gucken? Gehen. Die müssten hinter Camp Bravo liegen. Also zwischen Camp Bravo und uns irgendwo bei den Häusern. Au, das war laut. Sorry. Oh mein Gott. Ja, wieviel paar Zuschauer, die es interessiert. Wir haben bald die 100 Follower voll. Und dann geht er ab, der Lachs hier. Wir haben uns schon was überlegt für euch. Das wird im Sonntags-Stream. Wir machen dann Sonntags... Also ich mach Sonntag einen 24-Stunden-Stream. Ich hau raus. Auf Nass. Auf Ehrenbasis. Und dann kannst du den ein oder anderen, ja, glücklichen Typen hier im Stream geben. Für jeden Stream-Striper, der schafft mich am Sonntag zu töten, gibt's einen Euro. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch ein 9mm. Hier ist noch ein vertikaler Handgriff. Ich hab keine Booster-Zone, komm. Ich hab nur 1-1, ja dann lass uns mal rein. Ah, da oben kommen sie doch schon. Da warten sie doch schon auf uns. Das kann auch nur in diesem Halbkreis da wieder sein. Da bin ich mir sicher... Also wenn ihr wisst, was ich mein, diese Häuser-Blocks da vor uns, ne? 2.60, da oben die Hallen. Wo ist denn jetzt der andere Star da? Paradise Resort. Da ist aber außerhalb gelandet, der Lappen. Hm. Hinter mir ballern sie. Genau close. Unten in den Häusern. Auf 10, 15. Ja, die Last wieder, der kommt hier gleich an hier oben. Jawohl. Ich seh die. Links rausgelaufen. Komm mal kurz. Passt auf die Zone vor, da kommen wir rein eben. Die müssen sowieso hier oben kommen jetzt. Wir haben die im Auge, ihr wisst ja ungefähr wo die sind. Ich guck mal eben hier oben. Ihr könnt ja nach hinten gucken, ich schau hier vorne. Dass von hier vorne keiner auf uns kommt. Weil wir hier eben auch den K-Schuss gehört haben. Aber. Ich seh hier jetzt so gerade nichts. Doch, hier oben im Haus. Wir sind in dem Haus drin. Ja. Aber die können uns hier nicht sehen. Achtet nach, achtet ihr rund unten auf die. Ich guck hier. Ihr dürft halt nur nicht an der Halle vorbei, Berlo, ne? Weil dann kann, da oben kann ich dich, äh, so gesehen nicht safen. Es geht nur hier unten. Ja, wo sind die hinter uns? Die kommen nicht. Wenn die hochkommen, dann werden die hier an der hinteren Halle hochkommen, so. Hier liegt noch ein Rotpunkt und ein erweitertes AR-Magazin. Die sind noch in der Zone am Chillen, ich glaub das nicht. Aber hier am anderen Haus war doch irgendwo einer. Ja, close. Ich weiß auch nicht wo. Hä? Was war das jetzt? Da vorne. Das sind bestimmt die, die jetzt eben da hinten hochgelaufen sind. Berlo, du siehst da oben niemanden, ne? Nein. Ne, ich seh keinen. Hier sind die Türen auf bei mir, der muss hier im Haus sein. Da hinten stehen auch voll viel Energies rum, so ein bisschen auffällig. Äh. Hier ist auch keiner. Lol. Ich sag ganz ehrlich, das ist echt komisch gerade, was hier abgeht, dass die hier überall schießen und wir nichts hören. Oder eher, wir nichts sehen. Wollen wir pushen? weitergerannt. Ah, die Zone ist ja hier vorne. Wo sind die hinter uns denn? Die können halt nur echt nach rechts gelaufen sein. Weil... Ich seh die auch nicht. Die sind schon einen Berg weiter, Berlo. Ah, hier unten wird hingeschossen, direkt vor mir. Unten auf dem braunen Weg zwischen den beiden Bergen sind gerade Kugeln eingeschlagen. Das heißt, die müssten oben bei den Häusern sein. Und hier vor uns irgendwas sehen, was wir nicht sehen. Da unten laufen sie hinter uns an den Häusern. 200. Der kommt hier gerade aufs kleine Haus zugelaufen. Hier läuft der vor mir. Ich seh den. Weißt du den? Ja. Alter, war der schnell. Geboostet. Ist weg, gleich gefinisht. Wo sind die anderen? Der kam ja aus der Richtung, da 290, ne? Von den Häusern kam der. Da unten ist auch noch ein Gegner, hab ich glaube ich gerade gesehen. Wo ist der jetzt? Ist der weg? Am Stein drüben sehe ich auch keinen. Hat der Booster? Ich guck gerade. Ich weiß gar nicht mal, wo die liegt. Der liegt hier irgendwo. Muss mal gucken. Hör mal, ich deck dich. Der muss hier irgendwann an den Stein liegen. Der ist irgendwie geklettert. Dann hab ich ihn bekommen. Ich seh den aber nicht gerade. Ne, keine Ahnung, wo der liegt. Scheiße, Digga. War das hier? Hier, 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 hier. Ich guck, ey, ey. Ich bräuchte nur einen Zweierrucksack. Hat der einen? Ja, hat der. Nice, dann nehm ich mir das noch mit und dann passt das. Aber warum? Ist bei den Häusern auch noch, immer noch. Ja, bei den Häusern. Ja, das kommt jetzt langsam hier an, so. Ich würd sagen, wir laufen hier unten in das Camp, dann können die uns nicht so sehen. Wie die Zone kommt. Ich hab meine AK. Wie mich denn da lassen. Die sind da oben, ja, ja. Mein Magazin hat sich grad, äh, mein Scope hat sich grad von alleine gewechselt. Ist grad von der, von dem einen, von der einen Waffe auf die andere gehüpft. Ohne einwirken. Auch nicht schlecht. Alter, mal an jetzt die Zone, Alter. Habt ihr die schon gesehen da oben? Ne, ne? Ne. Einmal kurz gerade am Haus. Hab die echt noch nicht gesehen. So. Ich bleib mal extra hier unten jetzt. Aber die da schießt keiner mehr. Was sagt die Zone denn? Ja, wir haben echt Zone-Glück hier. Wir brauchen uns nicht wirklich beeilen. Ich würd das feiern, wenn ihr jemanden genockt habt, dass ich die mal eben mit nem Molly wecknillen kann. Ich brauch noch drei Kills. Eine Molly. Auf dem Kamm sind die nicht die Campen. Ja, wo sind die? Ich weiß auch nicht. Ich renne jetzt auch hoch. Ich komm jetzt auch hier hoch, die Seite. Die wollen mich doch verarschen, Alter. Ja, die Campen safe in den Häusern. Mach einer. Ich hab, glaub ich, Fünfer Muni mit. Ich hab gar keine Fünfer Rasse. Kannst mir gleich gehen. Hä? Das sind solche... Lauschis. Die haben doch gerade auf uns geschossen, also ob die uns jetzt einfach ignorieren. Ich denk schon. Ist doch nicht wahr. Das lange Haus hab ich durchgeguckt. Da ist keiner. Das hintere Haus könnte hier noch sein. Zone geht auch weiter jetzt. Ach komm, wir lassen uns rein. Vielleicht wissen die, wer wir sind. Und rennen deswegen. Nein. 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 Hm, dann sehen sie nicht so aus, als wenn hier jemand kommt. Die haben alle die Hose voll. Das können die gar nicht sein, dass die so weit da reingelaufen sind. Die sitzen hier irgendwo. Da oben. Auf dem Hydro greift einer runter. Ah, ich sehe am Stein, am Stein. Ja, habe ich gesehen. Ich gehe links rum. Der piekt auf mich. Hat einen Hit. Nice. Der Slow. Ich sehe ihn hier. Hab den. Hab auch einen. Ich würde die gerne mit dem Molly wegficken beide. Ja, mach doch. Aber Granate ist schon geflogen. Aber hat die nicht. Verbrannt die nicht. Verbrennt beide. Verbrennt beide. Ja, mann. Zwei Kills bekommen damit. Nice. Danke, Jungs. Einen nur noch mit Molly jetzt. Ich habe aber auch keiner. Hat jemand noch Molly, wenn die tauschen gegen meine ... Gucken wir glutengleich, oder? Ja, der ist hier close vor mir, der rennt weg. Zwei Stück rennen vor mir rum. Die rennen echt weg, die Lappen. Ich mag, dass deine Teammates im Stich hier reudigen. Ihr reudigen, Alter, ekelhaft vom Verhalten. Wollt ihr eben ran da an die Kisten? Ich bräuchte halt nur einen Molli. Wo bin ich? Hier, hier, am Stein. Hat der einen Molli, hat der einen Molli, hat der einen Molli. Hier sind noch zwei Schmerzmittel, kann ich nicht tragen. Der hat keinen Molli. Da hat er doch eine Waffe, die ich suche. Der einen Molli hat, der einen Molli hat, der einen Molli hat, der einen Molli hat. Ich will die M4, gib mal Deckung einer. Mach, mach, mach. Geflutet hier nicht alle, Jungs. Nee. Nee, ich pass auf. Wir müssen uns aber eigentlich beeilen, dass wir auch die Zone... Ah, nee. Ja, doch, wir sind an der langen Zonenseite. Eine Sekunde, jetzt geht die los. Die ist unten hier, die Zone. Ja, let's go. Okay. Komm, wir laufen hier links lang, Jungs, Mädels. Die sind aber... Sind die rechts weitergelaufen oder auch gerade Richtung Zone, so wie wir? Ich weiß es nicht, Digga. Keine Ahnung. Ich packe meine Waffe jetzt weg. Entweder oder. Die sind einfach... Durchgezogen, die kleine Arten. Boah, ich muss das umstellen, so. Das ist eingestellt, okay. Ich halte mich so ein bisschen immer links, versuche ich. Ich versuche jetzt nicht so weit nach rechts zu zirkeln. In den Häusern hier. Wir warten bestimmt irgendwo auf. Ja, oben am Berg hier. Ich höre das auch oft. Aber das ist... Deswegen laufe ich halt links lang. Hier auf dieses Open Field so gesehen. Weil von links hinter uns habe ich jetzt, ja, nichts wirklich mitbekommen eben. Ich gucke auch nicht nach vorne. Ah, hier vor mir läuft einer. Close. Der kommt mir genau entgegengelaufen. Safe Call. 10 Meter, 20 Meter vor mir. Sehe ich nicht. Hab den. Aber der war... Oh Mann, hier oben. Von hinten auch. Und dann der hat mich auch. Der ist hier oben ganz unig, Berloch. Der Typ. Und von unten kommen noch welche. Ja, ganz toll, Junge. Er kommt wieder. Er piekt jetzt... Äh, warte jetzt. Noch nicht. Scheiße. Ja, klar. Schade. Herz frei. Nee, für dich nicht. Na klar, Mann. Wir haben eben schon von dir geredet und über dich gelästert, in der Hoffnung, dass du es hörst. Komm ran, Brody. Ähm... Was für ein Timing. Heftig, ne? Eine Runde kommt der Wiki. Der Wi... Ach so, jetzt ehrlich? Ach so, jetzt ehrlich? Wo ist denn der Wiki? Belaub, du hier ist mal eben Blue Screen. Oh, es hat geklingelt. Ich muss zur Tür. Wenn er in der Party ist, ladet ihn mal hier rein. Ja, Berlo, kommst du dann wieder, oder was? Oder was sagst du? Ja, okay, dann warte mal eben kurz auf Wiki und mach mal eben die Tür auf. Ich stelle den Kindern fünf Minuten Terrain dahin. Na, die wollen Macaroni mit Fleisch, Wurst und Käse, ja? Geht zum Glück noch recht schnell und einfach. Ja. Boah, ich hab gar keinen Bock, Alter. Na, ja, ich sag mal, das gleich. Bis zum Glück. Jo. Jo. Vielen Dank. Hallo? Hallo? Alles klar? Der hat muss gerade die Tür aufmachen und ich muss jetzt auch dann meine Tür aufmachen. Ich komme sofort wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Was man machen kann, ist mal die Klingel ausschalten. Das könnte man mal machen. Oh, Alter. Hier die Frise. Hier die Frise steht. Schon wieder. Ne? So. Ich bin da. Der Frise macht auch gerade seine Tür auf. Aber eine Einladung für euch gibt es noch. Nö. Platz frei. Was bist du jetzt im Gim? Wohl. Wohl, das ist diese Mucke von uns. Von unserer Klingel. Aber wir haben halt so ein paar Kinder, die hier den ganzen Tag immer Klingelstreich machen. Wenn sie von der Schule kommen, wenn sie zur Schule gehen morgens. Na. Hä? Hä? Ja, ist doch egal. Guck mal, meine Haaren, na ja. So. Ich müsste eigentlich so die Frise machen. Hier. So. Dann krieg ich vielleicht ein paar mehr Zuschauer, wenn ich so einfach so ein bisschen einfach wild aussehe oder? Was sagt er? Ist das gut, Müsse? Meine Haare so im Stream, kann man das so lassen? Achso, ich hab keinen Stream an. Ihr müsst mich doch bot-hennen, ihr müsst mich doch bot-hennen. Ja, wo mein Ding ist grad, ja. Ich lass das einfach so. Du siehst ja immer fein aus in deinem Stream. Warte mal, hier so wie früher von den Backstreet Boys. Aaron Carter hieß der so. Everybody! Yeah! Ich muss das wegmachen. Guck mal, die hauen schon alle ab jetzt aus dem Stream. Können sich das nicht mit angucken, sagen sie. Oh, vielleicht bin ich im Gesinge. Guck mal an, Schatz. Kannst du mir nicht mal eben so geil die Friese legen? Ab nach hinten damit. Ich wollt nur, dass die anderen wieder ein Profilbild für ihre WhatsApp-Gruppe haben. Was ist das? Ey, 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 ey. Ist so. What your body white, mini, mini, bad queen. Alright. Der White Spot spammt hier wieder in die Gruppe. Was bist du im Startloch? Ist nicht alles. Ist der schon wieder so, ja? Ich hab da einmal schon einen Jungen erwischt. Der hat auch danach nie wieder gemacht. Aber dann waren da mal so ein paar kleine Mädels, die das gemacht haben. Und dann haben wir die so ein bisschen verarscht, weil die irgendwie so Habibi, Habibi und so geredet haben wir die halt ein bisschen verarscht aus dem Fenster. Und seitdem klingeln die jeden Tag. Hätte ich nie machen dürfen. Egal. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und Miki brennt der Po oder was? Wem brennt der Po? Na. Ja. Ja, du hast doch überhaupt eine Po gemacht. Das ist gut. Oh, da hab ich das falsch verstanden. Wo wollen wir hin? Wollen wir mal mit dem Rending springen? Nach Overgrow. Apache. Wiki? Wiki will da hin. Okay. Wiki's Boss. Du musst alleine springen. Oh, ich suche dich ja. Schnell wird anders aus. Jetzt will ich den Chicken sehen. Der geht dann doch zu Impala. Du sollst schlafen André. Nimm Randy. Kann ich nicht. Wenn man morgens aufsteht, drei Kaffee trinken und sich dann noch zwei Energy in die Binde kippt. Dann darfst du dich nicht wundern, dass du nicht einschlafen kannst. Ich hab nicht drauf geachtet, ob Gegner mitgekommen sind, sei ja ganz ehrlich. Okay... Nein, 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 nein. Was ist hier? Ey, das wär so geil, wenn ich das Magazin jetzt... Nö, das kann ein Magazin, das ist irgendwie... Ein Stück Kot! Und sonst, Wiki, alles klar. Bis auf die Arme tun weh. Sagste. Zweier Rucksack hier unten bei mir noch. Ich hab echt schon ein Dreier Rucksack. Ups. Bin wieder da. Ach, und ich red die ganze Zeit mit dir, ja. Entschuldigung, hab da einen Anruf bekommen von einer Dame. Oh. Erzähl, wann kommt die rum? Wann kann ich die Kamera scharf stellen? Der Mate hat einen Kill, Alter. Was ist mit Ihnen los? Niemals. Könnt ihr das bohren bei mir im Hintergrund? Nee. Sollen wir? Hier liegt noch ne... hier liegt ne AK. Äh, ich brauch eigentlich nichts mehr außer... Einzelscheibe bei mir kaputt gegangen. Hä? Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Oder ich hab Hallos, aber das glaub ich nicht. Ah, doch, das kann sein, das ist wenn du dir die ganzen White Proteine knallst, Digga. Das ist nicht gut für den Körper. Ja. Hahaha. Hahaha. Schwierenscheibe. Ja, das war ich jetzt. Aber hier ist auch keine kaputt. Mach kein Blödsinn da. Mach nichts, was wir nicht auch tun würden. Tod. Man kennt mich. Äh, hey, naja, hab ja auch gedacht, dass ich den... ...hat, dass ich dann wach werde. Wer hat die Rauch geschmissen? Der Smoke? Da hinterm Auto hockt er. Ach, hau ich weg. Alter. Alter, Wiki, du bist an denen vorbei gelaufen. Was ist der denn da? Ja, wo, keine Ahnung, Mann. Ey, hat jemand einen Molly da? Könnte ich meinen letzten Molly kill machen? Hat jemand einen Molly? Warte mal hier. Keiner Molly. Ey, guck mal, wie sie hier. Klick, 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 klick. Einmal rein loopen. In die Kästchen. Ich hab voll viel Muni. Ich hab fünfer Muni abgeben und neun Millimeter Muni. Fünfer, Bruder. Fünfer, Bro, Bro, Bro. Thank you very much. Und sieben hab ich auch ganz viel. Hingelegt. Ich hab nur eine Waffe. Ich hab nur die M4. Ich brauch unbedingt... Ich brauch unbedingt Aufsätze. Ich bräuchte noch ein... LOL, ich hab voll den Bug, Digga. Hä? Komm mal zu mir. Wenn ich Visier, sieht das bei euch normal aus? So. Ja. Bei mir ist das so, ich... Ich... Mein Holo ist absolut... Da, wo die Kalibrierung steht. Hier. Ich hab euch noch was hingelegt. Hier. Ein Mündungsdämpfer und... Oh. What the fuck? Boah, da muss ich immer Waffe weglegen. Aber warum war denn der jetzt hier alleine? Kann mir das jemand erzählen? Ein kleiner Ausreißer. Oh. Meinst du? So wie die kleine, die dich eben angerufen hat? Hä? Hä? Ist auch so eine kleine Ausreißerin hier? Das ist eine kleine Ausreißerin. Die reißt gern mal aus, du. Äh. Ey, wie gesagt, wenn ihr Molly habt, ich... Ich würd den gern haben... Wollen. Wollen haben würden. Aber du bist eben an den vorbei gerannt, ne? Der saß da am Auto die ganze Zeit. Ja, der war absolut nicht gesehen. Ich hab nur irgendwas... Nee, schau, ich hab nur irgendwie... ganz leicht ne Scheibe gehört, da dachte ich. Ich hab Hallos. Er dachte, ich muss groß. Oh, oh, jetzt bin ich wieder der Monte. Oh, oh, ich hab's gesagt. Muss groß. Oh, oh. Er hat's gesagt. Wollen wir weiterlaufen? Darf er das? Richtung Zone, Bro? Yeah. Yeah, man. So, boy, a gang is around the world. Let's get back to Bedroin. Hehehehehe. La 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 la. Nicht, dass ich wieder weiß, ich bin alleine geworden. Hast du... Dark Para. Fisch. Ja, moin. Schön, dass du mal wieder einschaltest. Du bist ja auch überall, Dark Para. Normal. Ehrenbruder hier. Ich hab aber auch echt, äh, keine Magazine für meine Waffen, ne? Und ich spiele beide, die es echt nötig hätten. Ja, sei froh, dass du schon mal zwei Waffen hast, mein Junge. Ja, na, na, na. Am 16 hätte ich jetzt nicht callen wollen. UMP hab ich auch da noch gehabt. Mpäh! Wo seid ihr denn? Da hab ich noch ein Holo. Ein Holo? Ne, ich brauch no Holo. Ah, eine Holo. Kompensator DMR hab ich noch. Hier. Ja, wo denn sonst? Ist du? Hier ist er richtig. An der richtigen Adresse. Für dich auch, Dark Para. Wenn ich es schaff, bis zum Wochenende, bis zum Sommer meine 100 Follower voll zu kriegen, was natürlich kein Problem ist, dann gibt's am Wochenende fett Money bei mir im Stream. Mach ich einige Menschen glücklich. Jeder Stream-Sniper kriegt einen Euro von mir, der mich schafft zu killen. Dann wärst du bei mir arm. Tja, kannst du dir deine Donations wieder reinholen, ne? Hahaha, ist doch so, ja. Ihr Lachse hier. Man muss auch mal was Gutes für die Welt tun. Bolt für die Welt. Boah, so alles gut oder hast grad nen Schlaganfall, Alter, red ich's gar nicht. Hahaha, was ein Wigster. Den hat er sich den ganzen Tag aufgehoben, weißt du? Er denkt so, Alter, Hermann, was hältst du? Komm ich rein, hau ich dich erstmal raus, Alter. Hast grad nen Schlaganfall. Ach du, Kleiner. Und das kommt von dem Jüngsten im Team, weißt du? Oh, geil, Alter, hier gibt's auch immer wieder was. Kein richtiger Malta, ey. Hast du ein Ralschmacherfall oder was los? Hier muss ich mir merken. Ich krieg mir nicht mehr ein, Alter, Alter, fang ich gleich an hier. Äh, hehehehe. Äh, geil. Ich hab noch, ich hab noch nen Kompensator, äh, dem eher. Und nen Schnellzugriff für, ne? Ah, das braucht sowieso keiner, oder? Doch. Was denn? Schnellzugriff. Das hab ich weggegriffen, kein Spaß. Ich nehm alles. Hier, aber ein Schnellzugriff. Oh. Hehehe. Hehehe. Das Magazin hast du auch? Ne, das hab ich echt da hinten fallen lassen auf der Hüfte, äh, aufgeregt. Ohhhh. Hehehe. 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 Oh, beide. Oh! Mamacita, Baby! Mamacita, gib mir einen Dörner, bitte. Ich steh voll auf... Ich hab noch 30 Schuss 7 da, braucht das wer? Sonst werf ich die weg jetzt. Weg damit, mein Junge! Naja, fahrt ihr immer. Ich brauch euch nicht. Kann ich mich hier nicht irgendwie raufstellen oder so? Nee, nee, hab ich auch schon wieder weg. Scheiße. Bestimmt dort. Schrittgeschwindigkeit, mein Junge. Nee, warte mal vor euch. Saved mal ab da. Vielleicht kriegt ihr ja schon paar Shots ab, dann brauch ich die nicht abfangen. Tut mal was für eure Thrombose da. Krampfen die Adern. Ah, ich auch schon wieder einen Gichtanfall im linken Zeh. Da steht ein Auto. Yes, Baby! Mama... Boah, die Karre, da steig ich nicht mit rein. Boah, guck mal hier, Forza macht's sogar viel. Ich will vorne sitzen, yeah! Na komm, die alten sitzen hinten da, das ist viel cooler. So geil, Alter. Auf Rizzy, weißt du? Auf Rizzy, weißt du? Aber Forza, Alter, das ist echt cool. Lass mal hier ausschneiden, oder? Die Linksballer sind. Nach vorne halten! Nach vorne halten! Nach vorne halten! Da können wir welche holen. Da läuft einer Open Field. Der guckt auch hierher. Hinter dem drei Paltchen. Der ist schon mal anders, Schatz, glaube ich. Hat dem nicht einer gehittet? Nee. Hab ihn. Oben im Wald, ne? Ja. Rechts auch? Nee, nee, warte mal. Rechts hier auch. Da sind die Türen auch auf. Ja. Bisschen weiterfahren. Aber wohin? Willst du den... Ne, looten nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Lass mal hier bei den Häusern gucken, klar? Meine nicht. Wo, was, wer, wo? Meine Tür. Achso. Ey, hier schießt was? Auf mich? Schieß jemand was auf. 35. Aus 35. Oh, der schießt doch auf mich. Vorsicht. Die sind irgendwo auf 40 oder so. Ich seh da aber keinen. Haben einen Stein. Und noch zwei erweiterte Magazine, Alter. Ich auch eins. Ah, eins sehe ich laufen oben. Bei 40 da hinten an der kleinen Hütte. Open Field jetzt. Da sind mehrere. Ich seh da halt keinen. Ey, ja. Ein bisschen in die Zone. Hab noch einen Lock, Alter. Ich hab so einen... Ey, vor uns ist einer auf. Genau da, wo ihr hinschießt, ja. Auf 60 da, ne? Ja, und rechts auf, rechts auf jeden Fall auch. Oder links auch wieder. Robin? Ach, da ist ein Airdrop. Deswegen sind die da alle. Gewesen. Beim roten Traktor war noch einer unter der kleinen Hütte da hinten. Dahinter der Hütte läuft's einer. Da unten läuft einer runter. Ey, lass uns mal leicht in die Zone ohne. Ja. Sehr gute Idee. Let's go. Oh, die Runde bockt, Alter. Ja. Ja, ich hab auch schon null Kills. Das ist schon echt heftig, was hier abgeht. Kann ich nicht irgendwo mal in mein Magazin liegen? Oh. Ich würd sagen, wir bleiben hier an diesem Tag stehen, oder? Ist der hoch, meinst du? Ja. Ja. Ich könnt bei ihm gucken, ob hier was ist, aber... Kann ich auch hier vor? Ja. Von hier können wir sehr gut in die Zone gehen. Hier sind die Türen auf, hier sind die Türen auf, überall. Und ein Zweier-Backpack. Hier sind die Vector. Hab ich schon, aber die Muni, wenn die noch da ist, nämlich. Hier liegt auch noch Muni. Könnte ich noch gut gebrauchen. Hier liegt noch ein Piedelgriff, der Schwadde. Hier ist noch ein Tactical Stock. Hab ich auch schon, danke. Ich hab wie gesagt alles, außer meinen AR. Also hier liegt auch noch ein Schnellzugriff AR, aber hab ich halt auch schon drauf. Ja. Ja, ne, nicht sofort. Zwei Schnellzugriffe. Was hast du als Zweitwaffe? Ich spiel VSS und, äh, Vector. Aha. Äh, wo bist du? Komm her. Wagenpolster hab ich halt auch schon. Ich brauch halt... Ja, genau. Easy, Digga. Easy. Da lag auch noch jetzt ein Schnellzugriff für sich eben hier. Leg ich hier jetzt auch ein. Ja, hab ich schon, hab ich schon. So. Aber hier ist alles auf. Ja, nur noch um einen Rucksack. Hier ist auch noch ein Rucksack, oder? Hier oben zweier? Hier. Ja, bei mir hier. Ne, das auch noch eins. Das ist alles nur eins. Hä? Da steht ein Auto mitten auf dem Feld aufs 40. Gute Zone für uns. Ich guck nochmal links wieder zurück hier. Da laufen welche, da laufen welche auf... Nordosten läuft auch einer in die Zone jetzt erst rein. Genau der. Hab ihn ausgenockt. Ja, kümmert ihr euch um den? Hinter uns. Auto kommt rein in die Zone. Hört ihr, ne? Ja. Ja. Anke heim. Ja, ich hab's gesehen. Er legt sich hin da. Haben ihn ausgenockt. Ist gleich weg. Kommen wir hier runter mit, Wiki. Muss wir kurz zielen? Sorry. Ah, hier. Außerhalb der Zone am LKW. Am Trecker hier. Hab einen von denen noch. Einer ist noch außerhalb der Zone. Nice Jungs, ne? Nice Jungs, nice. Vierer Scout hat er hier. 92 Schuss. Also hier ist alles. Full, full, full. Full, 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 full. Auch zwei Rucksäcke. Smoke Granaten mitzunehmen, Digga. Ja, hier ist alles. Kommt doch her. Hinter uns links war noch was. Die Jungs, hier liegen drei, vier Leichen. Kommt her. Ich kann doch nicht alles alleine mitnehmen. Hier sind so viele Medics. Energy, Koffer. Hier ist alles. Siebener, Fünfer, Dreierrucksack. Scar. Erweiterte AR liegt hier noch. Ich hab eine Smoke jetzt noch mit. Hier hinten, der Typ hat einen Dreierrucksack. Hier. Bei mir. Das ist nett. Oh, oh, oh. Oben. Auf 190. Oh, wie, ich muss in die Zehnung. Die Zone geht auch weiter. Hier vor uns geht ein AirDrop runter. Direkt close auf 120. Aber wir sind jetzt hier hinterher erstmal in Sicherheit. Wo ist Wiki? Lauf, Bruder. Zum Drop fahren. Da steht ein Auto direkt vor uns. Ne, lass den Scheiß mal auf den Drop. Ich bin echt full. Also wenn du willst da unbedingt hin, dann fahr da eben hin. Nein, 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 nein. Aber ich habe auch eigentlich nichts, was uns da jetzt irgendwie Deckung geben könnte. Ich weiß nicht genau, wo die waren. Ich denke mal, die waren oben am Stein auf 210. Ich sehe halt keinen von denen. Wir müssen auch ein Stückchen... Oh, oh, oh. Ja, kommt her. Wir nehmen das Auto schnell. Oder? Ja. Ja, 100%. Boah, ich hasse das Autofahren. Ihr kennt das, ne? Wo halten wir an, ey? Bei dem Randy? Ich hab hier. Da ist einer vor uns am... Ey, wir müssen hier aussteigen. Komm, aussteigen. Vor uns am roten Dings ist der. Am roten... Wie sagt man? Oh, überall. Da auch. Wir müssen hier wieder hinter dem Berg. Was soll ich denn machen? Dahinterm Auto sind wir sicher. Einer ist auf 80, ein Gegner. Ich geh hier fort zu den Häusern. Komm mal mit. Ich komm auch, wir heilen uns gerade. Oder ich heil mich gerade, besser gesagt. Zieht ruhig los. Zieht ruhig los. Der Typ, ich hab den ja auch getroffen. Der heilt sich jetzt auch erstmal. Er wird auch von hinten, glaube ich, angegriffen. Hinter den roten Anhänger. Ja, pass auf, die schießen von links auf dich. Pass auf, komm her. Ich hab den ausgenockt. Jetzt haben die erstmal was zu tun. Am anderen Hänger hat er mich ausgenockt, ne? Na gut, dem hab ich eh schon zwei Nocks gegeben. Zwei. Oha. Ja, die stehen Open Field. Die sind genau an meiner Rauchgranate. Das ist was großes, ey. Ich hab einen Kill bekommen von der Genockte hinterm Wagen. Der hat das Auto genommen. Das ist was. Ich hab den ausgenockt. Ich hab den ausgenockt. Das ist was. Ich hab den ausgenockt. Hier, auf die straße auf 335. mit dem Ghillie Er liegt jetzt hier aus Hab ihn, ist gleich tot Der war gleich Oben läuft noch ein Zwei Stück auf 2 oder 10 Noch einer, noch einer Einer ist noch da oben auf 190 Schon in der Zone Vor dir, vor, 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 vor dir Jaja Alles Irgendwo dahinter Mügel muss das sein, ne Ja, aber wir haben hier auch leicht Zone Ich bin hinter euch Hab ihn Der Typ mit dem Auto muss hier noch irgendwo sitzen Der liegt hier irgendwo im Gras Den hat keiner von uns geholt, oder? Der ist ziemlich weit hinten, das Auto Also Äh, nächste Zone kommt auch Ja Wir können hier zu unser Randy laufen Ich muss den hier kurz looten, Digga Ich brauch den Mach 5er, ne 5er Muni, ehrlich Ich brauch keinen 9er Muni, ne Na, ich hab auch eigentlich noch alles Ich bin jetzt hier beim Randy Der ist hier in der Tankstelle Sieht gut aus hier Der, hier ist noch ein 2er Rucksack für dich Aber den hast du wahrscheinlich schon, ne? 3er, Digga Hab alles Wir sind hier safe in der Zone noch, oder? Ne, doch nicht Richtig geile Hunde bisher, ehrlich Ja, hier vorne AWM Ah ne, K Da läuft der am Baum Ah, an den, äh, leicht grünlichen Baum Der schon so ein bisschen zerblättert ist Ich push den gerade Vor mir hier Klaus vor mir ist der hier an dem Baum War der gerade zu sehen Ich seh ihn da vorne, ne? Hab einen, der war gleich tot Hier muss noch irgendwo einer sein Oder war das der? Hinten am Baum Oder? Ich weiß es nicht Aber wir haben hier gute Zone, gute Zone Wir haben noch einen Gegner Nur noch einen Gegner Wie viele Kills habt ihr? Sechs Ne, ein Acht Geile Runde, erhältlich Na, wo ist er? Hinter, hinter den Treckern, hinter den Da ist der nicht Kann hier hinterm Auto sein Der liegt hier irgendwo Granate von Wo war ich? Mal gucken, ob der hinterm Trecker ist, oder? Der kann sein, dass wir den gerade überlaufen haben Oder das Wiki den holt Und Durch LMG ist so eine Macht, Digger Stabil Undwenn der Schuss einfach Brrrrrrrr Wie killt Sasubiki? 9 9, 6 Geht Stabil Das ist doch alles stabil Erste Runde, erstes Chikindina Direkt so ne geile Runde, alter Und das auf der Karte, die wir eigentlich alle nicht ganz so feiern Ich liebe die Karte, ich liebe die Wo ist jetzt mein Trinken? Trinning ist gut Gute Die Runde war schön, alter So schön So schön Oh Schön wie eine frisch rasierte Pflaume Oh ja ich nehme auch eine Ich nehme auch eine Diese alten runzligen Dinger da Schön zu Schlecki Schlecki Ach das ist diese kleine Stadt da ne Oder Oder Wir fahren nach Und dann hoch Und dann hoch Aber mir ist das auch lede Ne lass uns mal irgendwas machen wo wir nicht warten Alcantara Das ist echt weit ne Egal wo die Zone hingeht Wenn wir da kein Auto finden Wenn wir jetzt da hinten Da müssen wir gucken halt Dass wir auf dem Weg vielleicht schon ein Auto finden Nicht erst zum Rückweg hin Weißt du wenn ich jetzt was sehe Dann gehe ich früher runter Der Roadmaster folgt uns unauffällig Was hast du? Ich glaube ich hab mal Auto Ich will das jetzt nicht safen Warte mal Hier unten könnte auch Ja Ich fliege Wir werden eh die Zone sehen Wenn wir ein Auto haben Und die Zone unten bei Los ist Können wir gleich woanders nach unten fahren Ich gehe hier auf die Halle Auf 240 Da steht vorne ein Jeep Wenn das auch einer ist Es kann auch sein Der steht da schon ganz schön lange Deswegen glaube ich das nicht wirklich Dass das ein heiles Auto ist Ne der ist kaputt Fuck Ich hab eins Ja Komm runter bei mir Ich hab auch eins oder? Ne auch nicht Ja Bei dir steht glaube ich ein Buggy Unter dir Unter mir? Genau unter dir an der Straße Ja da ist einer jo Nice Der ist jetzt aufgeblockt bei mir Ich nehme die Halle mit Ich nehme die Halle mit Ja ich bin ein bisschen weiter vorne Ich komme mit dem Auto Hast du auch schon einen oder was? So weit bin ich jetzt nicht geflogen Ich warte mal Ja ich glaube der Roadmaster Kriegt das nicht hin jetzt so schnell Nach unten zu fliegen Der weiß nicht wie das geht oder? Der ist echt noch in der Luft Guck mal Ist ja gelohnt der Ja Geil Lass den erst mal Lootet auch erst mal Wir können den ja gleich eins sammeln Ich fahre hier eben zu den Hallen vorne Komm Zone ich spiel ein bisschen mit Oh Ja Oh mein Ach du Scheiße Ja dann jeder hat ein Auto eigentlich jetzt oder? Boah Boah Ich geh nach Pozzo rein Hier steht auch noch ein Auto bei mir Ja wir müssen irgendwie Jetzt nur was nötiges mitnehmen für den ersten Kampf und dann los Einfach mit den Autos Kein Bock jetzt hier die Zone hinterher zu heizen Überhaupt kein Bock Dann fahre ich dann loot ich lieber da irgendwo Ja das stimmt Ich glaub der Randy ist auch bei mir abgesprungen Jo der klaut sich mein Auto und haut ab Ey Ich schwörs euch Aber hier steht noch ne Karre Boah Original der klaut mir mein M16 und M4 Ja moin Ey der hat sich echt mein Auto genommen Und ist abgehauen Und verpasst mich Ey noch ne SKS Warte aber der hat nicht gesehen dass hier noch eins stand Hast du doppel SKS? Ja Ja nimm ruhig mit solange du keine andere Waffe zu spielst Ja ich bin jetzt mit so Ich mach auch Ich hab dich eh nicht genommen damit ich die mit so Was haben wir denn Die Berli Der Berli Hoffentlich kommt der auch gleich wieder Geiles Team Boah Gott ne AK Also doch Also ich hab zweier Weste zweier Helm AK Was ist das denn hier ist noch ne Hier ist noch ne SKS Ich kann aber nur zwei tragen Hm Ach gut ey Ein Rucksack Keine Würste Ich hab sogar Ich hab alles Okay Mini Alter Was ist das für ein geiler Loot Junge Guck mal der Der Roadstar Wenn der Pech hat wird der von mir umgebracht Sag ich ganz ehrlich Wo ist denn der hingefahren jetzt? Ach der ist nach Impala gefahren Okay ich denk mal der hat das gesehen hier Der wollte hier nicht looten Ich glaub der ist ein bisschen so ein kleiner Stratege Der dachte ach komm Ich renne jetzt hier nicht her und klaue ihm den Loot Sondern ich fahr weiter Also ich glaub nicht dass er das böse gemeint hat Ich seh ja immer noch das Gute in den In den anderen weißt du Ich nicht alter Oder versuche es zu sehen Drei Rucksäcke hier bei mir Ihr habt alle ein Auto oder? Alle wir haben alle ein Auto oder jeder von uns aus Ne ich hab keins Nicht? Ich hab mich verguckt Ne Ich gucke aber da unten ist eins stehen Ja da steht eins Ich hab dann doch eins Oh come you Ich würde jetzt auch gerne abhauen hier Oh Oh Zweier Weste Das Ding hab ich schon auf meiner Pumpe drauf Hier in meiner Nähe hier im Auto Na gut hier alles klar Oh la mini 14 4er Scope Was liegt hier denn auf einmal? Hä? Was sind das für komische Orte Wo eigentlich nichts liegen darf Und alles liegt Mal ehrlich jetzt Ja das ist krank Ja Nur in so ner Scheiße Alter Auto bei mir? Ach das seid ihr Ich bin das Ich komm jetzt auch Ich komm jetzt auch Willst du da hinten auch nach Impana oder was? Oder wo willst du jetzt hin? Lass uns in die Zone oder? Ja ne ich Ja ich fahr ja Geh die ganze Straße lang Und dann unten bei Pozzo Fick ich links ab Und dann fahr ich einfach noch weiter raus Hast du jetzt ein Auto sicher? Forza? Ich hab ein Auto sicher ja Ich fahr jetzt auch einfach mit hinterher Boah ich hab sogar ganz vollen Tank Nice Da kann der nächste Win kommen hier Ich steig mal rum Alter Aber ich kann die ganze Straße ja durchfahren ne? Bis hinten rein ne? Ja Das ist schon geil Oder willst du abbiegen gleich? Äh nach El Pozzo da rechts? Links so gesehen Ja ja da wollte ich nichts runter genau Und dann durch Montenay wo bist du noch los rein? Ja Ja Oder nicht? Ja Haben mal Digga Haben mal Ich würd gern das Ich würd gern in der SKS haben gleich Ich ehrlich bin Ich komm Wollen wir hier noch lupen und warten eben? Äh ich hab nur die Halle mitgenommen Digga Ja bei mir ist hier auch noch was Hier ist noch Schmerzmittel und so Im Schmerzmittel hab ich halt nichts Motorrad? Das ist keiner von uns? Ich Achso Ich bin umgestiegen auf Motorrad Mach ich lieber Dann stört man schneller Hä? Dann stört man auch schneller drauf find ich auch Jaa Ich soll noch zweier Rucksack Führen wir mal Ich nehm einfach alles mit Dann können wir das gleich nochmal aufteilen Jetzt bist du doch weiter geradeaus gefahren Wolltest du nicht durch Montenay wo fahren? Oh Oh Noch? Ja ich fahr da jetzt auch noch Oh hier ist das Waaah Ne das fahr ich doch nicht Ein weiter Unser Randy ist immer noch in dem Palle alter Bähdrett 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 Oh Das wird das Haus nehmen Und das hier und an Achso schmerzen Bähdrett 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 Oh, so schön. So. 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 Hey, die zieht komplett durch, Alter. Ich warte auf euch hier, ja. Ich hab mich jetzt wieder angehalten, weil hier eine Red Zone war, die ist aber schon wieder vorbei. Boah, hier liegt noch eine... Ah, nee. Hä, kann ich niemanden nehmen? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich hab noch AR, Tactical Strong und so. Ich hab noch einige Aufsätze, hab ich noch. Tactical Stock, könnte ich noch gebrauchen. Und zwei Schnellzugriffe. Ah, ja, hab ich auch noch. Und ne Mini. Der Roadmaster, der richtig reingekickt. Ich bräuchte den Rotpunkt. Ich hab, ich kann 4er Scope abgeben. Oh, ja. Oh, hier ist ne 3er Weste. Hier liegt jetzt meine 2er Weste. Hier. Hast du noch irgendwas? Ich bräuchte nur noch AR-Zeug. Rotpunkt. Was vorne... Ah, der 2er geht drauf. Ist gut. Perfekt. Dann lass doch weiter, oder? Die Zone kommt. Das war's mit dem Roadmaster. Er macht seinen Namen alle Ehre auf der Road. Ist er nicht der Master? Damit er ist einfach dagegen gefahren. Ja, in der Mitte bestimmt, ne? Da, wo wir eben auch durchgefahren sind. Stumpf gegen gedüst. Ja. Ist schlecht. Forza könnt den holen, aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Das hier rechts, wo die Häuser stehen. Das ist die kleine Anhörung. Weil's was meint. Ja, mach. Ich fahr dir hinterher. Du bist ja sowieso schneller als ich. Ach, da, ja. Ungelootet? Ungelootet? Ja. Wo lobe ich mir das? Spiderman! Na, bist du wieder da? Irgendwann cool? Auto. Ach so, cool. Handy? Ja, ich hab's gehört. Hier bei uns angehalten, ne? Fährt das weiter? Ja, fährt weiter. Gut. Wollt ihr auch alles gut forza da hinten? Na, ich komm. So schnell hier mit den alten Pferden. Angewinkelter Griff ist hier noch bei mir. Oh. Oh. Oh, der Dropped, Jigga! Ja, ein Dreieraufsack. Was hast du? Dreier-Scope, Dreier-Rucksack, alles hier. Wo ist denn der? Was brauchst du? Angewinkelter Griff, der war hier drüben. Hier. Wo hast du den Dreier-Rucksack denn? Hier hab ich auf. Eine Dropped werde ich mir noch mal gönnen, alter. Ach was, der ist ja hier vor unserer Nase, alter. Was? Gut, die Spiele setzt sich durch, ne? Hier ist so eine Lack-Runde. Heftig. Hehehehe. Hört dazu. Schatz? Ja? Wenn du den Nudeln machen möchtest, ne? Hast du noch Milch? Nein, hab ich nicht. Dann mach die da mal mit rein. Komplett. Das reicht. Die Soße ist so dick. Die ist bisschen dick geworden. Leider eine Awe drin. Ich nehm die. Was heißt leider, Digga? Gib mal her. Dann lass ich meine Mini 14 liegen. Kannst du die Muni dafür geben. Brauchst du Kompensator oder so dafür? Auf jeden Fall. Aber hier brauch ich. Die Muni hier. Ich hab auch noch 9mm Muni ohne Ende. Ne, ne. Und ACC hab ich auch noch. Ich brauch nur noch einen Kompi für AR. Er sagt leider eine Awe drin. Ja, das ist immer das, was ich mir am wenigsten wünsche. Mag ich nicht. Erweitertes AR-Magazin kann ich noch abgeben. Erweitertes AR-Magazin kann ich noch abgeben. Erweitertes AR-Magazin kann ich noch abgeben. Oh, ja. Und ich kann dir Muni dafür geben. Jo. Ich brauch ja nur noch einen Kill damit. Ja, hast du. Perfekt. Pausa, wie sieht's bei dir mit Medics aus? Ich hab eins. Okay, gedroppt. Dankeschön. Ich hab Sanitasche, 4 Medics, 8er Scope. Hier kommen wir ja, ich geh ins Haus einmal alle rein, dann... Ein paar Booster hätte ich. Habt ihr einen Booster über vielleicht? Ich hab gar keinen Booster, seh ich jetzt gerade. Hier liegt auch noch. Jungs, 8er. Das noch, das noch. Das kann noch weg. Das kann noch weg. Das kann noch weg. Brauchst du FKS oder what? Nee, brauch ich jetzt eigentlich auch nicht. Da unten liegt eine Mini-14 noch. Hier ist noch ein 8er Scope. Sonst spiel doppelt einfach. Mini-14 bringt dir ja auch nichts. Nee. Ich hab die AWM jetzt gefunden, weißt du? Ja, okay. Hast du zwei SGS mit? Hier liegt doch noch für Romani. Ja. Und fast beide voll equipped so. Auf dem einen 8er Scope, auf dem einen 6er Scope. Ich sag, wir laufen in die Zone. Oder wir zu fahren. Ja, ich hab AWM, ich mach jetzt bisschen ruhiger. Guck mal, ich hab ein bisschen Unbefinden, ey. Aber ich hab hier leider jetzt gar keine Waffe. Ich hab hier bald bitte, falls wir echt weit müssen. Wie viel Muni hast du denn für 7 da? Forza? Kann ich hier erstmal warten? Ja, wir müssen mal gucken, dass wir für Forza dann eine 2. Ache finden eigentlich. Forza, wie viel Muni hast du? 7 da? Äh, 200 irgendwas. Ja. Wenn du gleich was ab... Also, wenn du gleich eine Waffe an eine andere findest. Wir haben jetzt... Ich hab halt die ganze Muni da hinten gelassen, ne? Bin ich mit einem Vector? Ja, hi. Ja, hi. Nee. Na, die Vector könnt ihr ja doch spielen, Alter. Ich glaub, wir haben keinen Bock drauf, ne? Weiß ich nicht. Ich hab auch voll viel Muni. Forza? Ja? Vector? Hier liegt noch eine Vector mit erweiterten Magazinen, wenn du die spielen willst. Als Zweitwaffe. Nee, lieber eine Umpe. Eine Umpe-Lumpe? Umpe-Lumpe. Ja. Ich würd die fast nehmen, Alter. Und da... Mit dafür ne AK abgeben, aber ich hab keine Aufsätze für die. Willst du echt nicht ne Vector nehmen, anstatt Doppel-SKS? Erweitertes Magazin liegt hier ja, ne? Das liegt da auch. Guck. Ja, liegt hier vorne. Ja, hier. Ich hab genug Muni. 170 Schuss. Ja, komm doch, Mama. Du brauchst, wie weißt du? Weil du wenigstens im Nahkampf hast. Die raus. Das ist halt auch alles leer gesorgt, das ist das Problem. Hut und drauf. Ich zieh ihn rein. Kann auch ein bisschen abgehen mit der Pistel. Ich brauch eigentlich nur noch ein Magazin für die Sniper. Das wär geil. Oder ein Wangenpolster oder so. Siebener nimm ich. Braucht ihr jetzt immer noch Siebener, oder? Na, das heißt so. Ich hab genug. Komm her. Ich hab AK-100. Digga, ich hab soviel Schuss jetzt für die Siebener. Ich hab 300 Schuss, Siebener jetzt. Ich würd eigentlich jetzt mal Gegner sehen, um mir der Awe wegholen. 2er Weste, 2er Helm nicht hier noch. Hier liegt noch ne M16. Na, bringt ja auch nichts für ihn. M4, ja, aber M16. So ist schon... Das ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Mal gucken, dass wir jetzt hier nicht irgendwie überrascht werden gleich von der Zone. Was sagt die? Eieiei, war gut. Eigentlich müssen wir ja noch nie... Hier ist der Hund bei mir. Vorsa. Okay. Dann hol ich ihm die andere Muni. Ich hab' ihn nur in der Muni weggeschmissen. Wir müssen auch jetzt am Zone ranzirkeln eigentlich. Ein bisschen. Äh, büsche, büsche. Airdrop kommt auch wieder. Kauiing. Ja. Kauiing. Ja. Kauiing. Ja. Wir machen jetzt, ehrlich? Jo. Ja. Von oben. Ist das oben auf'm Dach? Ich seh die halt nicht. Oha! Er legt sich hin, da hast du das gesehen? Er hat sich auf 70 hingelegt vor dem Holzkasten. Ja, ja, der ist nicht gut. Das rechts rumzirkeln, wa? Ja, hier ist er, alles klar. Machst du zu Splitter oder rauf? Nimm mal ne Smoke, Smoke. Danke. Was hast du Baby? Ist müde, ne? Legt sich jetzt hin, wahrscheinlich, ne? Ja, normal, wenn der ganz hat er tanzt. Wie bitte? Let's gooo. Vollkommen was? Ja, ist doch schön. Buah. Wir müssen langsam da so rein jetzt, ne? Das war vor uns, vor 100, der hintere Hügel mit den zwei grünen Bäumen. Lass versuchen da reinzukommen. Hm. Aber ich bleib noch hier unten an dem Land, also ich geh jetzt hier noch nicht hoch. Naja. Fast ähnliche Zone wie eben. Ja, wir waren eben bei der Tankstelle da und, ne? Bei Impala, hier waren wir eben, ne? Ja. 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 Ich hoffe, die Zone geht in, ja, in die Bergland, ich hab nicht nach Lost rein. Da hätt ich nichts von Turn drauf. Aber ich brauch eigentlich nichts mehr, ich hab eigentlich, klar, noch ein paar Aufsätze für die Sniper werden geil, aber die sind jetzt nicht überlebenswichtig. Überlebenswichtig. Ich hab alles, wie ein Full Food. Ist das ein Handy, was da klingelt, Schatz? Booster wären halt echt geil. Keiner hat vor uns... Ja. Na, Booster, das ist Mangelhabe. Ich hab nicht einen einzigen Wooster. Ich hab ihn aber dafür in der Sanitasche... Na doch, einen Energy hab ich seh grad. Warst du das mit dem Fenster? Forza? Ja. Ja, ja, schon. Jetzt kommt er hier rüber, ja, boah. Ja, über das Blaue kommt er rüber. Hab ich mich auch grad gefragt. Das wär zu mies gewesen, ne? Macht schon ein bisschen Auge. Auf dich? Ne, ne? Ne, ne. Aber lass uns mal zusammenschießen oder wenigstens mich als erstes versuchen mit der Aave. Wenn ihr was seht. Wenn die liegen oder so. Da steht ein Auto auf 40 am Stein. Auf dem Berg oben. Ich seh die Gegner aber nicht. Ich würd' sagen, wir gehen gleich mit der Zone ein bisschen rein und warten erstmal, oder? Ja, die liegen hier vor uns am Berg, ne? Ich den mal sehen könnte jetzt. Wieder auf 40 liegen die. Da ist doch das, Alter. Das Auto steht oben auf dem Berg geparkt. So richtig dumm eigentlich. Liegen noch Fünfer, Muni? Ah, 400 Schuss reichen. Ich mag das im Moment auch irgendwie lieber, doppelt Dings zu spielen. Doppelt Fünfer. Als Fünfer und Siebner. Mag ich irgendwie lieber. Boah, man kann die ganze Stadt einfach nicht sehen, ne? Weil sie einfach komplett nicht gerendert ist. Mhm. Wie gesagt, da auf dem Baum, ne? Auf 25 am Baum. Da steht der, den man oben auf dem Berg sieht. Da ist das Auto geparkt. Also der muss da irgendwo sein. Da ist ein Airdrop auf 80. Wollen wir hier schon mal runter und laufen? Ich weiß nicht. Ja. Bevor der uns auf dem Berg hat uns ja noch nicht gesehen, ne? Angst, dass hier in den Häusern noch was gammelt. Ja, aber ich stand so offen grad auf dem Berg hier hinten. Die hätten mich sehen müssen. Ich könnte auch den Airdrop holen auf 80. Ah, der ist halt schon länger da. Entweder die kämen richtig hart und die bewegen sich nicht. Oder hier war keiner drin. Oh, close. Ja, oben am Berg. Das sind die ja. Die sind vor dem Berg. Guck die ganze Zeit eigentlich ununterbrochen dahin. Das ist jetzt die Frage, wo wir uns hinsetzen, ne? Weil da oben... Wir pushen die am Berg. Wir laufen hier rechts rum. Und von hinten erwarten... Ja, aber da wissen alle, wo wir sind, weil das die einen sind. Okay, machen wir. Aber weil das die einen sind, die schießen gerade, weißt du? Das weiß ja jeder gerade, dass da oben welche sind. Ja, nein. Fangen wir mal, wie weit wir da rum müssen, ne? Der Berg ist hier vorne nicht zu Ende. Aber hier oben liegen die. Es ist nur die Frage, wie hoch sind sie? Digga, du kommst hier nicht hoch... Du kommst da nicht ganz hoch. Die sind vorne, ich hab doch gesehen eben. Die sind nicht hier oben drauf. Die sind vorne... Die sind vorne vor. Weil ich hab auch ne AWM, Digga. Jetzt geben wir hier schon wieder den Close Fight. Die sind hier vor mir, ja? Hier oben. Eigentlich sollte man sich da nicht einmischen. Man kommt da auch so Scheiße wieder vom Berg runter. Ah, hier unten sind auch Gegner bei mir. Ich seh die sogar laufen. Drei Stück rennen gerade in die Zone rein. Einen hat ne AWM schon auf 100 am Berg unten. Auf Blitzmarkierung. Und zwei kommen in die Zone. Der ist hier unten auf 100 Jungs. Da bei gelben Marker. In der Zone schon, im Sand. Alle keine Deckung hier, ne? Ah, da ist er. Schön. Einer hat zwei Hits. Der andere hat AWM-Hits. Ist auch jetzt erstmal diesen... Erstmal außer... Kraft da. Ey, was? Von oben, vom Berg jetzt. Hinter euch. Das sag ich ja. 280 in etwa. Ja. Hinter euch 280 irgendwie so war das. Aber die waren auf dem Berg... Stand da oben auf dem Berg drauf. Ja. Ja. Du beschwerst dich, dass du mit dem Kloch-Fight gehen würdest. Und gehst in die offener Welt. Ja, weil ich da... Mich können die da oben nicht sehen. Und die vor mir... Vor mir können mich auch nicht sehen. Ich bin gerade close hier. Vor den anderen. Was soll ich denn machen? Ja, der hinteren müsste ich eigentlich auch nicht sehen. Komisch. Ne, ne. Ich bin unten runter gesprungen schon. Ich stand nie da oben drauf, wo ihr seid. Auf dem Berg. Ich stand schon unten an dem... An diesem... Wie sagt man? Du bist viel zu weit drin, Digga. Du wirst sterben. Da sind auch vier Leute... Vor dir ist einer am blauen Haus, ja. Vier Leute vor dir, Digga. Du brennst auch weg von der Zone so ein bisschen. Wenn du gleich laufen musst, du bist so oben... Links von dir auch noch ein Vierer-Team. Der holt mich gleich. Weil ich einen Zweierscope auf der Waffe hab, Alter. Weil ich einfach nur einen Zweierscope auf der Waffe hab. Da hab ich nicht dran gedacht. Ich dachte halt echt noch... Ach, du warst doch safe da, oder was? Ich bin doch nicht immer safe. Der ist halt von hinten. Die kommen keine. Ah, das hab ich gar nicht gecheckt. Ich dachte wir haben hier gar keine Deckung, Mann. Ich dachte wir müssen da hin, weil wir keine Deckung haben. Ich geh mir eben trinken holen. Ich bin sofort da. Ah, der Schatz ist auch mal irgendwo zu retten, Alter. Der Schatz ist auch mal irgendwo zu retten, Alter. Der Schatz ist auch mal irgendwo zu retten, Alter. Der Schatz ist auch mal irgendwo zu retten, Alter. Der Schatz ist auch mal nicht in der Hand. Da ist ein anderer in dem Team. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber läuft es stabiler. Das lässt sein auch gerade runter, habe ich gehört. Ich habe es schon fertig, ja. Es ist jetzt eben fertig geworden, während wir gespielt haben. Bis später nochmal wieder, oder? Ja, wie gesagt, ich habe auch Bock. Und da hat es mir wirklich Zeit. Nee, ich meine ja, ob du später wieder Zeit hast, oder? So, ich habe immer Bock auf Zeit. Ja, du immer, das wissen wir. Super. Wartemusik als Soundcomment wäre jetzt geil. Das sehe ich genauso. Ich habe da nur, ich habe ein Problem. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und mache mal Realtalk vom Sessel hier. Ähm, wir haben einige Leute, die vorher bei uns im Team waren, die rausgeflogen sind. Aus welchen Gründen muss ich jetzt nicht erwähnen. Äh, die sind nur am, mich am melden die ganze Zeit. Für alle, für alle kleinen Lappalien. Wenn ich jetzt hier mal einen Versprecher drin habe und irgendwas sage, was ich auf Twitch vielleicht nicht sagen darf, bam, kommt gleich eine Meldung. Die hängen hier zwischen den coolen Zuschauern mit ab und denken, ja, sie können mir damit schaden. Können sie nicht. Ich weiß halt, dass es nicht erlaubt ist, diese Musik zu spielen. Wenn ich aber irgendwie oder irgendjemand eine Möglichkeit habe, mir zu sagen oder was da alles, ich weiß es halt nicht, was man da, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, so. Und wenn wir jetzt anfangen, hier Musik zu spielen, dann kann das halt sein, dass ich dann irgendwann Ehrgeiz bekomme, ne? Ich bin zwar noch ein kleiner Streamer, klar, da wird Twitch nicht so, äh, drauf rumreiten. Aber es kann ja trotzdem passieren, ne? Deswegen bin ich da echt noch vorsichtig. Es gibt da auf die Fall, glaube ich, extra eine Twitch-Playlist oder so, ne? Alle Lieder, die man spielen darf oder sowas. Ja. Und so wirklich wissen, wie, äh, ich mach da mal was fertig, wo man keinen Stress bekommt. Ja, siehste, Doc, das wollte ich hören. Ja, der Wiki muss eingeladen werden und Doc auch, oder ist Bärle noch dabei? Ja. Okay, dann lade ich mal eben den Doc ein. Kleinen Moment, Jungs. Mhm. Auch nicht, also, keine Ahnung. Eike ist der Dings. Big Apple. Ja. Und dieser Manu ist Friedi, ne? Ja, ich glaube, ich weiß auch seinen Reel-Namen nicht. Ich hab da ein paar nicht eingestellt. Ja, Moin. Moin, Doc. Es gibt Copyright-freie Musik, die kannst du verwenden. Ja, cool, Mann. Siehste, so ne, so ne Leute wie dich, brauch ich die mich da auch mal ein bisschen informieren. Klar, eigentlich als Streamer sollte man sich da selber informieren, aber... Ja, ne, gibt's kein, aber ist halt einfach... Kein Zeit. Kein Bock, Alter. Ich hab voll keinen Bock drauf, aber... Ja. Der Blue Screen kommt nur, wenn ich die Leute einlade. Das ist auf Play halt leider auch so. Dann kriegt ihr immer so'n Blue Screen mit der Kamera rein. Diese Bild-Probleme, die du gerade erwähnt hast, sind keine Bild-Probleme, sondern... Ist... Äh, der auf WhatsApp ist... S-Y-V-A-R-71 heißt? Ich hab da... Ihr habt die Namen gegeben. Ich hab die Namen nicht gegeben. Sie war... Ich hab da kein... Mit der Mütze als Profilbild. Was als Profilbild? Mit ner Mütze. Warte mal, ich schau mal eben. Mütze und Tunnel. Mütze und Tunnel. Keine Ahnung. Der Kanister ist neu in der Gruppe. Also... Friedi, der sitzt am Tisch mit seiner Kleinen... Ja, oder? Äh, äh... Der Kanister, das ist... Das ist der Neue. Der Neue. Das ist der mit der Mütze in der Bahn, glaub' ich. Oder was das so gut ist, ne? Ja. Das ist unser Neuer. Der Kanister. Wie ist der Gamertag? Kanister... Also, ne. Kanister rück... Also, andersrum geschrieben. 71. Razzinek. Der ist auch immer hier fleißig im... Da ist er doch. Das kannst du doch locker rausfinden, was erlaubt ist. Ich glaube sogar... Ups. Dieser Musikdienst, den man fast hier nutzen sollte, kein Problem sein. Kommt grad nicht auf den Namen. Von dem Dienst. Ja, Spotify oder irgendwie sowas, ne? Achso, ich dachte schon. Genau. Ja. Deswegen will ich ja... Also... Wie gesagt, ich... Diese Leute, die wir rausgeworfen haben und so... Ich will die nicht mit Namen nennen. Ich will denen gar keinen Support geben, hier auf unserem Channel. Aber... Die sind halt echt... Also, das sind echt Leute, die hassen mich, ne? Die hassen mich übertrieben. Und die nehmen jeden kleinen Furz, um's zu melden. Von daher... Die können uns nichts. Die werden uns nie was können, weil wir... Weil wir wir sind. Ich verstell mich auch nicht wegen denen. Nur ich nenn halt deren Namen nicht und werd sie auch niemals nennen. Und werde auch keine Frage dazu beantworten und nichts. So. Das ist einfach nur... Die... Die wissen gar nicht, wie die mich supporten. Weißt du? Weil die hängen hier auch um... Nennst sie Kronos und Max. Ja, Kronos und Max, so könnt ihr sie nennen. Kronos und Max heißen die, ehrlich. Ja. Also, wie gesagt, die können uns nichts. Die werden uns nie was können. Aber wir sollten halt... Deswegen muss ich halt immer echt Rücksicht nehmen. Und aufpassen. Aber das, was du jetzt gesagt hast mit Musik in der Wartezeit und so. Ich wünsche mir das auch. Ich hätte so Bock auch hier so ein Overlay einzufügen. Und... Aber ich hab halt nur einen normalen Laptop hier stehen. Ich stream über die PS4 Pro. Die Kamera, die ihr hier seht, das ist die Playstation Kamera. Also, das ist alles so ein bisschen... Ja... Alles ein bisschen... Wie sagt man noch? Steinzeit-Technik hier, ne? Ach... Rechtes Neandertal. Neandertaler, genau. Wir sind hier die Neandertaler. Achso, ich dachte schon. Ja, wie gesagt. Siehste, auch das ist was neu. Spotify ist der Dienst. Genau. Ja, wir machen das, wie gesagt. Hey, keine Beleidigung hier. Komm... Das kommt demnächst mal rein. Kommt demnächst dazu. Ich bin auch fast neandertaler, also... Nein, du kommst noch farben. Ne, ne, klar. Das macht jünger. Ja. Ich bin halt auch so ein kleiner... So ein kleiner Rapper. Ich mach selber auch Mucke. Wir könnten auch meine Mucke hier einfach reinhauen. Ich glaub, das ist nicht verboten. Weil da bin ich ja... Urheber recht. Recht. Lelelele. Da könnten wir auch reinhauen. Weil ich weiß halt nicht, ob das jedem passt, wenn hier meine Mucke läuft. Weil... Das sind auch Lieder... Die sind schon ein bisschen älter, so, ne? Und das ist halt auch so ein bisschen... Ja, 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 ja. Und so. Also, ich feier die Mucke. Die werden wir wahrscheinlich demnächst auch auf unserem YouTube-Tunnel auch einfach mal veröffentlichen. Für die, die es interessiert. Und dann schauen wir mal. Das ist alles im Aufbau hier. Und umso mehr ihr schreibt, umso mehr ihr fordert, umso mehr passiert hier auch. Weil ich möchte mich halt total nach euch richten, ne? Wo ihr Bock drauf habt, das wird gemacht. So, hier hat jeder... Jeder, der hier einfach dabei ist, der hat auch Rechte. Zu sagen, was geht ab? Was machen wir? Das ist cool. Das will ich. Das find ich nicht so gut. Wie gesagt, nehmt euch... Nimmt kein Blatt vom Mund. Wenn ihr meint, ey, Maga, halt mal deinen Mund oder so. Oder haut raus, Jungs. Ihr seid hier... Wie gesagt... Ihr seid alle hier Mitglieder. Ihr gehört alle dazu. Auch bringt alle eure Frauen mit und Kinder. Genau. Alles mitbringen. Hier liegt ne Vektor drin. Vektor, ich komme! Da kann ich ne UNPF für abdrücken. Wo ist der Wiki dahinten? Warte, ich geh nochmal hier die Dinger ab. Die, die... Die Stäge. Aber ich weiß, dass das da in dem kleinen Haus liegt, ja. Ja, meine Musik darf ich spielen, klar. Das meine ich halt. Aber ich weiß halt nicht, ob das jedem gefällt. Meine eigene Mucke. So. Der Berlo macht auch Mucke. Der ist auch geiler Maga. Den seine Mucke hört sich sogar noch krasser an. Nein. Alles cool. Aber das wird... Das kommt alles noch. Wir sind... Normal, Alter. Ich will ja... Da kommt einiges. M4 liegt hier noch bei mir. M4 16 aufm Steak. Obwohl, warte mal. Wenn da hinten ne Vektor liegt, dann nehm ich mir die M16. M4 16 als Sniper Rifle. Das ist sehr quer gut. AK hab ich jetzt hierhin gedroppt. Ich hab noch ein 4... Ich hab drei Viererscope. Drei Viererscopes. Ich hab noch zwei dann. Eins werd ich auch nehmen. Ja, dann sinds da weg. Ich nehm auch einen. Ey... Und ich? Hier liegt... Hier liegt... Ich wollt grad sagen ne K. Aber das ist keine K. Ich nehm den Wok hier. Ich kann hier einen Mündungsfeuer... Ich schläg hier 45er Muni auf den Teppich. In der Mitte. Ja. Ich hab so viele Aufsätze, Jungs. Ich hab so viele Aufsätze. Wir müssen uns mal... Boah. Nein. Warte mal, wo war das Ding jetzt hier? Wo brauch ich dich? Ist das jetzt ein... Erweitertes Magazin? Okay. Das brauch ich nicht. Hier liegt sogar noch ein Schalldämpfer AR. Mündungsdämpfer AR. Schalli AR? Alles. AR, DMR, alles. Also was? Komm her, Wiki. Was baust du? Viererscope brauch Wiki. Viererscope und Schalli. AR, ne? Hier. Ja. Ich brauch... Die Muni. Thank you. Ich will mir die Dings gleich unbedingt holen. Die Vector. Dann leg ich ne komplette UMP weg. Aber die Aufsätze klau ich mir natürlich. Das war das Haus da hinten, ne? Auf 130 Wiki, ne? Also Mündungsdämpfer AR, Schalldämpfer DMR, SR, Kompensator DMR, SR hab ich noch. Ich brauch nur noch ein... Ich brauch alles noch eigentlich. Ich hab ja nichts. Ich hab ja nur für euch gesammelt hier gerade. Ein Kombi. He. Nur noch ein Kombi. Für... Für... Für HR, ne? Für DMR? Ja, hab ich, hab ich. Ne, ich brauch nur für die AR. Ich such grad die Vector. Wo ist denn... Ja, hab ich auch. Ah, alles weggelegt auf dem Steg. Scheiße. Wo ist die... Wo ist die Vector? Ah, hier. Mal eben meine Aufsätze droppen. Da liegt noch ein Vierer, falls das jemand braucht. Hier bei mir. Lege ich... Ah, ne, hab ich nicht. Neue Ammonie hab ich hier auch noch abgelegt. Ne, bei mir liegen die Sachen. Nein, das Vierer Scope hab ich jetzt hier abgelegt. Aber jetzt ist hier noch... Kompensator, Schalldämpfer, Mündungsdämpfer ist auch noch da. Das Erweiterte brauch ich. Das kann weg... Äh, 7 da... Das liegt hier alles drauf. Achso... Komm, dann himm du das Vierer wenn der ist geil, ich hab's dann nicht. Ist hier Nöte. Ich brauch noch keine... Ne, 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 ne... Ich geh schon mal nach Ruins... Die ist das... Ja, mal Lonsen. Vier... Ah, 16 dafür hab ich jetzt... Oh oh... Perfekt, machen wir das so. Top, Ruins... I need help, boys. Hab ich jetzt nicht die Aufsätze abgemacht? Ne. Oder sind jetzt alle weg? Ne, doch nicht. Jetzt habe ich meine ganzen Aufsätze da drüben liegen lassen für meine Dings, nein, für meine UMP, die ganzen Aufsätze, alles, holo, rot, Punkt, da lag alles, ich hoffe, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, ich komme so schnell ich kann, die sind in der Mitte an dem Ding, ja, das war das, ja, wo lagen die anderen Sachen, ja, da liegt alles, ich habe da alles gehabt, Griffe und so, ja, beide tot, ha ha ha, nice Digger, Ich bin auch mal weg, viel Spaß und viele, viele Erfolgen, ja, danke fürs Einschalten und vielleicht sieht man sich bald wieder, würde mich freuen, Spotify ist voll nicht, das kannst du so einrichten, Dass deine Viewer die Musik wünschen, wir, Befehle wünschen, kannst du nichts falsch machen, ja, siehst du, dann machen wir das so, ja, noch ganz viel Firmenharmonie, nicht hier, ich bin alles drin, alles, was das selbst begehrt, Ich bräuchte noch Aufsätze für meine Dings, doch, brauchst du Medikids? Ja, das habe ich auch, ich habe da eigentlich alles, ich habe da noch zwei Medikids, da im Glück, ich nehme die einfach mit, Ich habe die schönen Dreierwässer kaputt geballert, Wo liegt, wo liegt denn die Leiche? Du, Wassert, das war deine Leiche, So, das nehmen wir mal, das nehmen wir jetzt, Ja, das sind wir ja vier, vier, Mami, hab ich genug, ey, Na, komm, die noch mal auf, jetzt die Fünfer hier, Hat der ja noch was, auch noch ein bisschen Fünfer? Ah, warum, jetzt sind mich wieder klar die Sieben da auch? Sonst hat die keine Aufsätze für mich, ne, Tactical, Stalk, ich brauche eigentlich alles, Oh, das sind nur welche? Das könnte ja auch ein Gichtanfall sein, ne? Oder so. Nein, Gicht habe ich noch nicht. Ich wusste auch nicht. Diesmal nicht, so extra die Betonung auf diesmal. Ich habe ehrlich gesagt noch mal was gehört. Einser Rucksack, ich bin so ein Lobob gerade hier. Von meinem Equipment. Einser Rucksack, Einser Helm, noch nicht mal ne Weste. Granate gezündet. Das war ich. Äh, äh. Noch ein Tactical Stalk liegt hier. Wie gesagt, zweier Rucksack könnt ihr mir callen. SKS. Hier ist jetzt zweier Weste, die nehme ich doch gleich mal mit. Zweier Weste, zweier Helm, die liegt noch alles. Oh, hier ist auch ein zweier Helm. Ah, ich auch. Eine K98 liegt hier. Hier draußen. Hier. Hier. Was legst du jetzt weg? Ah, da sind keine Aufsätze drauf für mich, ne? Oder was sind da für Aufsätze drauf? Boah, hast du ja wohl nicht gerade die N-Bombe geschmissen. Holy shit, jetzt melden wir uns. Ja, was ist der hier? Wer hat die N-Bombe geschmissen? Er hat gerade negativ gesagt. Ach so. Ich liebe Regen. Negativ? Negativ. Negativ. Ja. Tief schwarz. Ich brauche noch einen Griff und was vorne drauf. Ihr habt ja eine Leiche, hat der noch einen langen schwarzen gehabt. Wo war die denn? Ich habe den ja nicht gesehen, den ihr als erstes geholt habt, ne? Auf W. Auf W? Ne, es ist 2,50. 2,50 an der Gondel da unten. Da liegen zwei Leichen. Ja, warte, ich gehe da mal eben hin. Liegt hier keine Westen mehr rum, sagt er. Ja, hier sind überall Westen bei mir hinten drin. Ja, aber es ist ein für Westen. Ja, das stimmt. Hier zwei ist unten auch noch bei der Leiche, die ist ganz, ganz leicht angeschossen. Ich habe jetzt... Also, was meintest du die rechte Gondel so gesehen, da hinten, wenn ich da hinten laufe, ne? Achso, da. Ich habe das Gefühl, Heddy hört nicht zu. Doch, doch, ich habe das gehört. Auf 2 irgendwas. Ja, ich musste auch hier links lesen, ne? Multitasking, mein Freund. Mein Freund? Wo ist der? Ey. Jao. Hier ist auch ne... Das war sowieso der Wiki. Ne K war das? Doch. Ey, hier ist der Griff nicht. Wiki hat mich angelogen. Wiki hat mich angelogen, hier ist kein Griff. Ringer Spacco hat mich angeschossen. Hier ist doch kein Griff drin im Handen. Auto, Auto, Fahrzeug. Von der Brücke ist der gerade nach rechts abgebogen. Ja, hier ist echt kein Griff, nein. Ich werde da wieder in die Zone rein. Ich sage euch das, dass hier kein schwarzer Griff ist. Ich glaube, ich habe den rausgenommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe die zwei Griffe rausgenommen. Stroph. Ich brauche den noch, aber... Äh, echt schade, dass man als PC-PS4-Spieler nicht zusammenzocken kann. Oh, mich stört es nicht. Nicht wirklich. Was ist... Nicht wirklich, ey. Vor allem die ganzen Suchtis vom PC, wenn die da rüberkommen, Alter. Aber stell dir mal vor, ihr PC-Spieler habt gar keinen Spaß mehr, weil euch die PS4-Spieler einfach so gegen den Strom mäßig auf den Sack geht. Weil die liegen sind. Klar. Zumindest Team Lachs würde Mörder rasieren. Easy, ehrlich. Ach so, Alter, wenn mein Aim mal wieder... Ist so, ne? Bei Fortnite geht es halt auch, dann sieht man es, ich wollte gerade sagen. Ey, ich habe so viele Medics und sowas. Was habe ich eigentlich für Granaten? Hat jemand ein... Hat jemand von euch noch ein Molly für mich? Ich muss noch ein Kill mit einem Molly machen. Ne. Oh, nicht. Aber der Wiki muss selber noch machen, der gibt das nicht ab. Richtig. Ne, he, he. I need noch three Kills. Three Kills? Ich... I won. Kann ich... Wow, ey, hier sind Leichen. Auf einen, den Ian knockt. Ja, kannst du. Ja. Aber das erlaub ich dir nicht, weil wir ihn einfach wegschmettern werden. Ja, moin. Ne K ist hier noch. Round the roll. Hier ist noch ne Zweier. Hier sitzt einer. Was? Ist ja geil. Ist ja geil, was ist denn hier? Ich bin da dreimal vorbeigelaufen, Alter. Sie guckt uns einfach an, ey. Ach, geil, Alter. Hier ist noch ne Zweierweste, wenn jemand braucht. Ich krieg's da warm beten, ey. Lost. Auch gerade, ne, Wiki, wir sitzen... Ja, also wir sind gestorben, ne, in der Runde, wo du abgehauen bist. Da sitzt da ein Typ im Auto, unser Randy, ne. Wir gucken den die ganze Zeit zu, machen uns voll lustig über den, ne. Dabei ist der aus dem Spiegel geflogen. Hab' mir gar nicht gesehen. Oh, close. Close. Gegner unten. Die waren aber auf Nordwesten, hier neben den Häusern schon. Oben auf der Kamm hier. Die Richtung 40. Da läuft er. Der läuft hier den Weg hoch. Der läuft hier den Berg hoch. Hinterm Baum auf 20. Den sieht man ganz schlecht. Zwei, drei Stück. Unten ist auch einer an der Stadt noch. Ich treff' gar nix. Aims, Grauns. Unten am Haus. Am Haus ist einer am Stein. Direkt vor mir am Stein. Ich seh' keinen und ich krieg' mir den Schuss. Guck mal, er hat einen Schuss und gibt mir den Headshot des Frauen zu wissen. Johann, so'n dummes Scheißkind, Alter. Ich seh' da keinen, Alter. Oben am Stein. Ich sag' mir ne Kwarzeil, bitte. Genau auf Nordosten am Baum, drei Stück. Ne, drei Stück am Baum. Ne, drei Stück am Baum. Ey, wo bin ich denn hier, Alter? Brainworks, Aua. Ah ja, Brainworks, ich kann nicht blauen. Was ist das gerade? Alter, leck das. Wir sind gerade so vieles blauen. Lass' die mal bitte, ich werfe Mollingen. Ne. Ey, da sind noch voll viele, ne? Der läuft angebrannt, hätte ich fast gedacht, zu dir. Knusprig. Burning Man. Ja, auch oben weiter. Leicht knusprig. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, was? Hinter uns steht einer am Baum, hier vorn am Baum. Hier oben, vor mir auch noch einer, ne? Über mir, über mir, über mir, über mir. Wiki hat einen mit der Granate geholt. Der Buddy ist down. Ja. Hier oben ist schon wieder was am Schießen. Da wo die Granate eingeschlagen ist. Nice, Wiki. Nice. Alle weggeholt hier. Ich, I, I, I need an aim. I need aim, I need aim, I need aim. Please, I need aim. Ich hab keinem gerade, ehrlich. Forza ist weg, Nuno. Eine riesengute Feuerball auf Forza. Links, Junge, es sind noch mehr Gegner. Alter, hier ist echt was los gerade. Ich muss mal eben gucken hier. Das wird nicht passieren. Man könnte höchstens die Lust verlieren am Tontaube schießen. Ha, das war ein guter Konter, Bro. So lobe ich mir das. Siehst du hier? Nicht Blatt vom Mund nehmen. Haut raus, Alter. Ihr seid ja alle zu Hause. Haut den Penis auf den Tisch und sagt, die Frau soll kochen gehen. Ist so. Wiki, was hast du vor, Alter? Wo willst du hin? Hier war so offen, Digga. Ich wollte mal ein bisschen vorankommen. Meinst du crazy, crazy movement und so? Ey, die sind alle über der Straße drüber. Die sind sogar noch vor der Straße. Oben, auf S. Auf S. Wo ist ein S? Stimmt nicht weit hinten. Da ist S. Lass mal rechts rum komplett zirkeln. Zirkeln. Braucht jemand noch irgendwas? Ich hab 5 Medics, 1 Schmerzmittel, 1 Energy. Einen Helm. Achso. Und Nates. Lol, er will schon wieder Schwänze sehen. Hier, da. Aber... So muss das sein. Da oben steht der. Ja, sowas ist das meine ich aber. Merkst du, André, das ist der Stream. Das ist so geil mit den Leuten hier. Ich feier die alle so derbe ab. Kanister ist seit ein paar Tagen dabei. Weißt du, der größere Fresser als alle anderen. So muss er sein. Fühlt euch hier einfach Killer. Ihr seid alle Killer. Ihr seid alle Team Lucks. Ist so. Hier kann jeder den selbst dazugeben. Und ich fühl mich auch nicht angegriffen. Seid denn, ihr greift mich an. Nein. Ist so. Das ist einfach Latte hier. Und auch, auch, auch wenn wir irgendwann größer werden und Hater und alle... Ich seh es auch. Aber... Er schießt nur auf euch. Der Swag Wiki. Schöner Team Shot Wiki. Nice. Wir gehen hoch jetzt. Ja, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Aber, ihr müsst nicht alle mit. Einer kann hier unten bleiben. Doc bleibt hier unten sonst. Wo sind die? Da sind ja nicht... Da sind noch 19 Gegner Wiki. Müsst du aufpassen. Hier vor und vor mit am Stein. Ja. Nein, 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 nein. War auch nur ein Opt. Wo sind die anderen alle? Lass keinen... Ah, die kommt von der anderen Seite jetzt. Okay, 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 okay. Für 40. Du müsstest sie vielleicht sehen, Doc. So 35, 40. Ich mach mal so einen kleinen Marker in die Richtung. Ach, du bist ein Hurensohn. Hör doch mal kurz auf. Oh, der hat einen Hit bekommen. Oh, noch ein. Zwei Stück da. Nochmal Hits. An den Hütchen. Der kleine Baum da. Da wo ich gegen schieße. Da ist immer noch ein Baum weiter näher rangekommen hier. Ist noch jemand. Ja, ja, hier, Klos von mir. Wo so? Der war gleich weg. Kommt zurück, Jungs. Wir sind hier wieder in der Zone. Doc auch. An tanzen. Vierer, siebener. Was heißt rechts? Karaka. Okay. Hat der noch nen Nates? Nee. Ey, die anderen kommen hier jetzt hoch, ne? Wir haben die nicht geholt. Die oben sind egal, Doc. Lass uns erst mal hier links die holen. Ja, hier unten ist er am Stein. Direkt vor mir, Jungs. Markierung. Der dicke Stein. Der andere Leute. Hab ihn gehittet? Ja, Leute. Alle da unten. Alle hier unten, Wiki. Siehst du sie, ne? Geh mal weg von meinem Stein, Digga. Das fackt so ab. Ehrlich. Was ist denn der Typ? Gleich kommen die eh von hinten. Ach, nehm doch den Scheiß. Mein. Granata. Nein. Ja, hier unten am Airdrop. Ich seh schon welche. Die kommen jetzt hier hoch bei mir. Ja, ich seh. Am 100... Hier. Ja, hier ist 140 unten. Nein, am Baum. 140 am Baum. Drei Bäume vor uns. Nein, nein. Ich hab hier... Das war der. Am Baum von... Oh, hat der Aim. Hat der Aim. Der hat das MG von Wiki. Der kommt jetzt hier hoch. Der pusht mich. Linke Stein. Wenn ihr zu mir kommt, der ist oben schon. Hör doch mal auf, ich zippel. Och, Mann. Jeder... Digga, du leuchtest doch direkt auf mich zu. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Hier geht's wieder ab, Mann. Civic, du hast recht. Hallo zusammen. Moin Civic. Äh, lol. Er will schon wieder... Okay, das hatten wir eben schon. Das hatten wir eben schon. So, erstmal hier Handy gedrückt. So, was haben wir denn hier Neues? Zack. Das haben wir eben eingegeben. So, fertig. So, fertig. Ein kleiner schläft schon. War ja klar, dass der Spider-Man hier einschläft. Voll süß, Mann. Der kleine Lachs. Der Isch am Pennen. Moin. Jakob. Moin Jakob. Alles sieht. Moin. Wer ist auch wieder da? Moin. Moin, Moin. Moin. Ich hab Ton bei dir hingestellt. Moin. Moin. Die ganze Zeit. Krass, was hier heute wieder abgeht. Krass, was hier heute wieder abgeht. Und Oma. Das sind alles Doppelaccounts. Denk dran. Du kannst keinem mehr trauen im Chat. Gar keinem mehr. Und mein Laptop mit dem Viewer. Ich will, dass die sich jetzt alle ausweisen. Schick mir eure Persos bei WhatsApp. Nur mal folgt gleich. Aber nur die Weibchen. Aber nur die Weibchen. Mehr auch Männchen. Aber Civic, von dir haben wir auch schon lange nichts mehr gehört, ne? Was ist da los? Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht hier die ganze Zeit nicht schmelden. Arbeit macht frei, Bruder. Krass, wie viele Zuschauer du bekommen hast, seitdem ich nicht da war. War so ein Monat. Ja, danke. Ich freu mich auch drüber. Wie gesagt, es ist einfach nur heftig. Ich weiß nicht woran es liegt, aber scheinbar haben die alle Bock auf uns. So, das ist einfach geil. Auch wie viele jetzt im Chat aktiv sind. Und ich bin echt dankbar für alles. So, mich freut das. Deswegen bin ich auch am zocken. Ich bin krank, aber ich hau durch. Ich zieh durch hier. Das ist echt heftig. Finde ich aber auch. Aber schön, dass dir das auffällt. So ist das. Du bist nicht, ey. Die meisten glauben das auch nicht. Die sagen, das ist alles gebottet und so. Aber hier... Jeder Lachs ist am zappeln hier. Hier wird nichts gebottet. Äh... 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 Schichterei, so sieht es aus. Ja, das ist... Das ist mies, ne? Aber kann man nichts machen, Civic. Wir haben die nicht vergessen. Du bist in der WhatsApp-Gruppe, wie gesagt. Passt. Du hast zu zocken. Musst du jetzt gerade die Nummer ziehen. Auf die heutine Lootkiste ist da unten. Oder es finden sich vielleicht noch andere, die auch zocken wollen. Das kann auch sein. In der WhatsApp-Gruppe. Aber die müssen auch noch ankommen. Eike? Ja. Ah, da wird die Bärlo ja reinkommen. Eike... Ach ja, genau. Der... Also... Einer ist in der WhatsApp-Gruppe noch. Falls du zocken willst, Civic, der auch gerade zocken möchte. Alles Bots, ist so. Kanister ist auch so ein Bot. Ist der größte Bot von allen. Haha. Ist der größte Bot von allen. Wie gesagt, ihr merkt das auch licher. Ich bin nur am Grinsen. Ich freue mich einfach. Das ist so... So eine Genugtuung. So, weil man... Man hört immer jetzt irgendwie... Ich höre alle zwei Tage kommen irgendwelche Leute. Ey, du musst mal aufpassen. Die Leute, die haben gesagt, die... Die melden dich jetzt für jedes kleine Ding und so. Die hängen bei dir rum. Die anderen, die wollen dich nur spinnen, snipen, bla bla bla. Einer vor und so. Und jetzt kriege ich wieder einfach nur... Mach den Stream an und kriege einfach nur wieder Liebe entgegen. Von allen, die hier sind, ne. Wie gesagt, ihr habt ja schon alle auch was anderes zu tun. Aber ihr hängt trotzdem mal ne Runde mit uns ab. Und auch wenn ihr nur einschaltet und 10 Minuten am Start seid. Das ist... Das ist schon geil. Das ist einfach nur... Liebe. One Love. Bei mir sind oben Gegner. Machst du jetzt Westband nach, oder was? Der läuft jetzt ins Häuschen rein. Westband. Jetzt hat's mir wieder fertig geladen. Nice. Oh, doch schon. Also hier in dem kleinen Häuschen, in den Seitenhäuschen sind welche. Ah, da bei euch sind auch welche. Pass ich erledigt. Oder soll ich noch decken hier? Ich deck mich mal zu hier. Nee, Mollikel. Jibbi. 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 Berlo, ich hab deine... Ich hab deine Pumpe, Berlo. Wenn du möchtest. Ja, oh nice. Du brauchst nur noch den Duckbill. Wo ist der... Wenn jemand ne Ente sieht, dann nimm die mit für Berlo. Patron, was hab ich? Ja, hab ich auch schon drauf. Wo ist denn der Berlo da unten? Ja. Ja. Doppelchecken. Ach, Berlo ist ja gar nicht da. Guckt euch das mal an, Alter. Ich bin so fettig, Alter. Ich bin so fettig. Ich bin so fettig. Komm, das hab ich jetzt nur gemacht, um auch mal die Zuschauer wieder einzubinden. Ob die da auch drauf achten. Weißt du? Kann ja keiner wissen, dass ihr euch da so kaputt lacht. Guck mal, guck mal. Kaum macht der Handy mal einen Fehler, ist er gleich wieder... Guck mal, wie doof der ist. Wiki, da müsste da irgendwo einer drin sein bei dir, oder ne? Bitte reporten. Ja, bei Wiki sind die. Ey, Wiki macht... Ihr dürft nicht Wiki allein lassen. Der macht jeden Kill, Jungs. Hört euch das an, Junge. Ganzes Team weggesprayt. Ich komm mal und nimm mir den Loot. Komm mal, ein Fahrt langsam hier, Mensch. Aber... Keiner hat nen Rucksack. Mal gucken, was hat der hier? Der, der... Was hat der... Ach, der hat sich hier schon ausgezogen, weil Wiki ihn wieder nackt gemacht hat. Hast du wieder gezwungen hier die Leute, oder? Ah, aua, hier. M24, das ist nur meine, ey. Die Waffe vorgehalten, zieh dich aus. Haha, zieh dich aus. Das ist so. Hat jemand fünfmal Muni, ich hab noch zehn Schuss. Ich hab sieben, dann noch 17. Auch nix gefunden, ne. Sehr schön. Och, mit dem Rucki. Hi. Und ne AK liegt hier doch. Oh, AK, 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 ich komm. AK, 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 AK. Du, du? Wo ist Wiki? Wo ist Wiki? Wo ist denn ne AK, AK, AK? Ah, hier. Weil... Ich tausch die AK gegen ne Vektor. Hat jemand schon ne Vektor gesehen? War's das jetzt hier schon wieder mit den Gegnern? Ganz viele schon. Willst du mich Fahrhole piepen? Im Innenhof liegt auf jeden Fall ne Vektor. Im Innenhof. Ich lauf jetzt ne halbe Stunde rum, bis ich diese Hauli-Waffe finde. Ist mir egal, damit ich meine UMP weggeben kann. Da kann jemand die UMP spielen. Komm her, ich zeig dir... Ich nehm die UMP, ich zeig dir wo die Vektor ist. Äh... Warte mal hin. Wo komm ich denn jetzt her? Hä, das... Wie gesagt... Pass auf, das... Nicht so schnell eigentlich, dass du dann wieder ne... Schlagabfall oder so, weißt du ja. Hahaha. Mieser Hund, du. Wo ist denn hier? Wo da hinten bei dir, oder was? Hier, hier ist hier. Er sagt... Ey, er sagt... Er sagt im Innenhof. Er sagt im Innenhof. Der ist ja zum Glück nicht so groß. Im Innenhof wusste ich jetzt nicht mehr genau wo. Ja, nein. Aber hier wusste ich halt noch, weil ich grad von hier kam, so. Im Innenhof hat hier zu den Scherming gingen. Aber die Aufsätze möchte ich alle bitte haben, aber ich kann dir die hier beiden, die beiden angewinkeln. Und die kannst du auch haben. Warte. Da hast du Kompensator hier. Hab ich eh genug. Oh, Punkt. Auch noch, ey. Ich will doch nur 5 Ammonie. Ja, der Rest kannst du haben. Alter, was liegt denn hier für Muni? Ich spiele heute nur Vector. Ich baue keine AK. Meine AK hat 19 Schuss. Auf Dauerfeuer. Feuer, Feuer. Ach, ich hab noch gar kein Magazin. Ich kann 7 Ammonie abgeben. Hier ist nur um bei mir. Brauche ich jemanden 7 Ammonie? Muni nicht, aber Magazin. Gib her, gib her. Achso. Dann lege ich das weg. Das weg. Nimm das mit. Obwohl, das muss ich mitnehmen, falls ich ne... Na egal. Äh, wie war denn das grad mit dem K-Schuss? War halt einer von euch, oder? Mh. Na die? Achso. Das hört sich auch verdammt nah an, ey. Das schmeckt. Ja, aber lass mal eben kurz, äh... Hier ist nochmal 45 Ammonie in der Mitte. Ja, ich hab viel zu viel jetzt, Alter. Weil die Leute lachen mich schon aus mit 500 Schuss im Magazin. Okay. 500 Schuss in die Vector. Könnte mir noch jemand nen Helm callen? Ja, aber das ist normal. Mann, Digga, das... 20 Schuss im Magazin. Ich hab gar keinen. Wir haben nicht eingefunden. Nein, callt ihn keinen, dann haben wir vielleicht ne Chance, dass er eher stirbt und wir ein paar Kills machen. Ja. Sechster Scope Easter. Was soll das hier? Das brauch ich nicht. Oh, ich hab... Ich bräuchte unbedingt noch nen Magazin für meine... ...Katronengurt für die Cars hier noch. Für meine... ...MP brauche ich noch ein Magazin. Gib mir doch ein Magazin. Eine Zweierweste hier unten. Lange nicht mehr gelesen hier. Bin der Autobot. Alles Bots? Ja, Mann. Vielleicht reinnimmt man sowas. Guck mal, ein bisschen ruhiger geworden hier. Wir müssen erstmal alle Luft holen im Dings. Im Stream. Auto? Der kommt hier rüber gefahren? Ah, der fährt. Links lang. Aber wir sollten auch mal nach vorne jetzt. Also in die Zone rein. Vielleicht auch die Brücke, die er nimmt. Falls ihr noch nen Magazin findet, würde ich mich freuen. Ui, was war das? Achso, ich schieß doch nicht. Hält der an? Ja, unten beide auf der Brücke. Da unten hinter den Autowracks. Einer dort. Der andere ist an dem LKW. Scheiße, wer ist Kobi? Oh, besser Molli eh. Besser, Alter. Guck mal, jetzt ich freu. Jetzt kannst du mir die Mollis abdrücken. Jetzt müsstest du genug haben, oder? Oh. Ne, ein Boll noch. So. Kobi? Kobi! Alles weg, Digga. Alles weg. Oder? Nein, der fällt weg. Da ist sogar noch einer. Einen hab ich. Und einen hab ihr. Alter, was? Team Shots des Grauens hier. Ne, Digga. Das ist wieder einfach geil. Die Jungs sind heiß. Team Lachs. Team Lachs. Also die Runden heute sind echt Zucker. Zucker, sagst du Zucker? Zuckerblatt oder was? Zuckerblatt. Diabetes? Diabetes Anfall. Oh, war ich da zu schnell in Zugriff. Wow, wow, wow. Vierer Scope ist hier noch. Hier bei mir. Drinne. Ja, dann musst du reingreifen, ne. Hat der nicht, hat keiner... Ich könnte jemand von euch, wenn er lieb ist, noch ein M24 anbieten. Mäh. So ein Crab spiel ich nicht. So ein Crab spiel ich nicht. So ein Crab spiel ich nicht. Warte, meine Verbände weg. Hier sind noch vier Medikuts drinne. Obwohl ich an der falschen gleiche. Das noch mit zweier West ist ja auch noch gut. Falls jemand schon Shots abge... Hier ist auch noch eine M24 drinne. Oh, scheiße. Da sind noch vier Medikuts drinne. Hier dropp ich auch noch mal eins. Vier. Ich hab zwei. Ich kann auch keins mehr mitnehmen. Denn ich seitdem nicht... Oh, schnimm mal eins. Ah, schnimm mal eins. Schmuck jetzt. Schmuck jetzt. Schmuck zwei und seine Tasche passt. Äh, bin immer wieder erstaunt wie derbe die alle daneben schießen auf PC. Hast so ein... Hast so ein Glück nie. Ja, wie gesagt. PS4 muss man spielen, ne. Um Spaß am Gameplay zu haben. So ist das halt, ne. Scheiß PC, Alter. Wir spielen so ne Kacke. Nein, Spaß. Ihr kennt mich. Ich liebe PC. Genauso wie dicke Mädchen. Das ist doch so. Willst du Respekt in der Klicke? Fick die Dicke, ne. Wiki 20 Jahre, fahrt heraus. Ist das vielleicht auch verboten, werden wir jetzt auch gemeldet. Wenn ja, macht es doch. Macht es. Freeze. Achso. Freezer? Ich hab mir auch was mit Freeze selber jetzt... Ey, habt ihr schon mal gesehen, dass jemand in der AK mit nem 6er Scope spielt? Ja, hier ist er. Ey, hab ich auch letztens, ja. Ja, das macht irgendwie Bock irgendwie. Hier ist erweitertes Schnellzugriff. ARR. ARR. Oha! Nimm mich glatt. Ich brauch nen Tactical Stock und Compensator noch. Hey... Ich brauch nen Tactical Stock. Tactic. Ich brauch ich auch. Dackel, Dackel, jetzt doch. Mach's mit deiner Pfanne. Patronengott. Ach nee. Ach, scheiß drauf, die Zone wartet auf uns nicht, wie auf sie. Ist so. Ein Lachs schwimmt gegen den Strom. Also Jungs, umdrehen außerhalb der Zone. Wir machen das Rennen jetzt von außerhalb. Jo, bitte. Hey, wie sieht das jetzt aus mit... Schnell um mir. Bist du fertig mit deinem Molly-Kills? Nein, nein, ich hab auch keinen mehr. Ah, ich hab noch einen. Ich hab einen oben reingeschmissen. Ach so, du hast einen oben reingeschmissen. Ey, welcher Huso wirft hier Dings ein? Hinter uns. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich hätte fast Dog-Jack abgeschmissen. Oh, schon, bitte. Das ist ein Heels-Dop-Wendet, Alter. Ja, passt schon. Ach, Alter. Ja. Äh, unten. Da, wo wir kamen. Von den anderen Häusern. Äh, oh nee, da unten. Irgendwo auf Ping. 150 links, rechts, oben, unten. Ja, auf dem Berg, glaube ich, da hinten. Auf der anderen Seite gegenüber. Die runde Kurve. Da geradeaus hinten. Die runde Kurve. Das eckige Rundschreiben. Warum ist eigentlich, warum, warum, warum sind Rundschreiben eigentlich, werden die eigentlich in eckigen, äh, um, äh, Umschlägen verschickt? Das ist doch Rundschreiben, oder? Und wie nennt man ein, warte mal, das war von dieser Flachwitz-Challenge, warte mal. Wie nennt man einen Bär, der schreiend auf einer Kugel läuft? Kugelschreiber. Äh, äh. Alter, der ist aber gar nicht. So schlecht ist der gar nicht. Mhm. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Weiß nicht. Carlos. Wie, was? Carlos. Achso, Carlos. Aha, der war auch nicht schlecht. Carlos. Carlos, ja, Mann. Den hat Fable Rhyp mal gebracht, ja? Jetzt bist du Carlos wie Santana. Oder was macht man, äh, äh, was macht man mit nem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen, Alter. Ist so. Äh, der hat doch gerade von hinten auf uns gesnipet, um meinen dann auf Dicken zu machen. Wo ist der? Tja, such mich. Der hat jetzt ne Endzone. Äh, Bärlo, ich hab, ich hab unser Event für Sonntag am Start. Wenn wir bis Sonntag schaffen, 100, 100 Follower zu machen, mach ich 24 Stunden Stream. Und jeder Stream-Sniper, der schafft, mich zu killen und zu finishen, nur, also der muss mich killen und auch finishen, kriegt ein Euro. Ich hab 5 Euro. 1 Euro, 5 Euro, Alter, Digga, ich muss doch mal aufpassen, ich hab mal keine Einnahmen. Ja, ich hab 5 verstanden, sorry. Ne, ihr kriegt ein Euro. Ja, ein Stream-Sniper, ne, alle, Alter. Ja, und? Ist doch scheißegal, sollen sie doch versuchen. Ich glaub, über mir. Oder? Ey, hinter uns sind auch welche, der. Das ist ja geil, Geier. Lässt der Schmerzmittel und alles liegen, sobald hast du Belut, Jung. Muss in den 2 Mollys drin, er callt ihn nicht. So, willst du Ärger? Weißer, Doc kann, Doc kann nicht lesen, weißt du doch. Der kann nur Bilder erkennen. Schreib dich nicht ab. Lern Lesen und Schreiben. Alpha Telefon Münster. Ich weiß es nicht, ich hab da noch nie was von gehört. Ich weiß es nicht, ich hab da noch nie was von gehört. Krass. Ich bin pleite gegangen, konnten selber nicht lesen und schreiben. Alpha Telefon Life. So, jetzt mal wieder Konzentration. Konzentration. Also aufpassen, auf die, auf die, ne, ne. 36 noch. An welchen Stein? An den, der brennt. Wenn wir den nocken. Da ist er. Der ist frech. Lass ihn bitte, lass ihn bitte, lass ihn bitte. Ne, der war gleich tot. Der ist tot. Schrei mich nicht gleich an, mein Jung. Er ist gleich voll aggressiv. Das ist richtig Agro, Alter. Uuuuuhh. So ein Trimmerhaufen hier, ne. Und er holt einfach jede Runde, die holt hier den Sieg, Alter. Ich glaub das nicht, ehrlich. Die alten Trimmerfrauen hier, Alter. Ehrlich. Das ist ja nicht mehr. Das ist echt nicht mehr feierlich, Alter. Ehrlich. Ich hab mir grad voll in die Hand gerotzt, Alter. Noi. Klar, Mann, der ist weiß hier. Danger, da steht da extra drauf. Da sind viele komische Flecken drauf. Ja, ja. Ja. Er sammelt die Türen, ne. Er macht im Endfall jetzt einfach die 10 Türen, klar. Der übelst Kandale, ey. So wie gestern Abend die letzte Runde auf Miramar. Dass wir die noch geholt haben, ne. Wir haben nur Scheiße gebaut, ehrlich. Wir haben nur Scheiße gebaut gestern. Heute hatte ich die geilste Runde seit langem, Alter. Die auf Miramar. Big Apple. Moin. Einer von euch hat das Mikro nicht freigegeben. Was ist der Unterschied zwischen einem Kühlschrank und einer Blondine? Der Kühlschrank fängt nicht an zu labern, wenn man die Gurke rausnimmt. Oh. Guck mal, der Doc. Erstmal aggressiv und jetzt lachen hier. Ihr müsst vorsichtig sein mit dem Doc. Der hat auch schon Herzkasper gehabt. Nein, Spaß. Alle Schlaganfallpatienten hier. Ja. Ist so. Eigentlich sind wir auch nicht Team Lachs. Wir sind Team Thrombose. Oder Team Stutzstrumpf. Ist so. Schade, dass es in PUBG noch keine Thrombose-Strümpel gibt, Björn. So Uldi-Outfit, ne? Oder irgendwie so ein Schrumpelbart oder so. Guck mal hier, ich leg mich das erste Mal hin bei PUBG. Das ist auch irgendwie, das haben wir noch nicht... Warum kann ich nicht in AIM gehen? Warum kann ich... Was macht der denn bei mir? Ah, hab ich mich verarscht. Einfach nach hinten machen. Ja normal, lass uns... Ne, Mann, das ist ne geile Blonde, Alter. Und die hat ne Naselstreifen... Weißt du, Wiki... Wiki ist die alte Blonde mit Naselstreifenkutte. Gleichzeitig ne Blasbereite-Nutte. Da warst du schon wieder mit dem Reiben. Ja, Mann. Naselstreifenkutte, Blasbereite... Ah, wir haben... Der hat die N-Bombe geschmissen. Nein, meldet ihn, meldet ihn, meldet ihn. Mann ist raus. 24 Sekunden. Wollen wir links runterzirkeln? Bitte? Ja, natürlich. Das sind meine Frage. Würde ich sagen, ja. Das ist der 30. im Feed. 4x Wiki mit einer M24. 4x Kill, meinst du? 4 Headshots in Folge mit einer Kugel. Ist das eigentlich möglich? Weiß das jemand auch von den PC-Spielern? Weiß das jemand? Ich glaube, PUBG ist kein Collateral möglich. Mit einer Shotgun geht's. Mit Streuschuss. Nein, aber ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Dass man zwei Leuten gegen den Headshot gehen kann. Ohne Helm. Unten links, die laufen aus dem Haus. Boah, ist der weggeflogen, Alter. Alter. Klippen. Sind die alle weg da unten jetzt? Ja. Nee. Ja, wir nehmen jetzt erstmal... Lass scheiß mal auf die. Wir pushen jetzt die Häuser vor uns. Erstmal alle safe auf die Häuser gehen. Wenn wir die sicher haben, dann können wir weiter machen. Ja, hier ist auch safe. Hier ist keiner drin. Nur das ist groß aus. Nur bei Wiki hier, ja. Ich gehe auch mit rein. Hier liegt noch ein Viererschaub unten drin. Nein, wir sind doch jetzt fertig. Mehr wollten wir doch gar nicht. Unten lag noch ein Viererschaub. Ich schließe mich aufs Klo ein. Ich habe ein bisschen Paras. Aber hier ist gar kein Klo. Nein, hier ist keine Toilette. Nein. So, was haben wir... Was ist der Unterschied? Das hatten wir ja schon. Wir hatten von uns das Mikrofon nicht freigegeben. Du meinst der Forza wahrscheinlich. Der redet einfach nicht viel, ne? Oder Forza? Hat's da immer was? Ja, kann sein. Aber nee, ich habe das letztens auf Dauerhaft eingestellt. Ja, Doc hat das auch an. So, dass da oft übertragbar ist. Wir haben das alle an. Aber wie gesagt, Forza ist eigentlich ein ganz ruhiger Zeitgenosse. Der redet nicht viel. Der sagt, sieh, lass die crazy peoples hier reden. Der erzählt nur das Nötigste. Das ist die Vorbeugung für den nächsten Schlagabfall. Hahaha. Wieso hältst du dir, Alter, ey? Jummiiii. Einfach ein bisschen ruhiger. Das wird aber langsam fresh hier, ey. Achso, ne? Aua, schütte auf mich. Ich habe keine Ahnung von wo. Schalli. Ey, wir müssen auch ein kleines Stück. Äh, äh, äh. Ja, lass uns da mal nicht langlaufen. Ich bin klar keine Ahnung von wo. Dann lass uns mal hier einen ruhigen machen. Komm, ey, wir schieben eine ruhige Kugel. Ja. Papa. Hahaha. Das war doch ein Spaß. Ja, ich weiß. Wir kommen. Das kann ja eigentlich nur auf den Häusern hier unten kommen. Schalldämmverschüsse, ne? Ja, siehst du, das habe ich mir schon gedacht, dass die hier vorne sind. Hier, die, die fangen wir jetzt ab. Jetzt schickt dir die beiden mit den schlechtesten Augen hier auf Fernkampf zum Spälen. Rentner müssen auch gefördert werden, Alter. Die sind hinten am, scheiß auf die, die sind hinten am Zone ran. Die kommen gar nicht rein in die Zone, wenn sie zu weitermachen hätten. Wenn sie jetzt noch weiter ballern. Doc, Alter, hast du noch einen Platz hier? Hahaha. Ich gehe hier ins kleine Fackbau-Häuschen. Bei uns bei den Häusern. Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Bei uns bei den Häusern, glaube ich. Doggy, was ist denn los? Wir brauchen eigentlich die Forsa, wir müssen eigentlich nur auf links achten, dass die uns von links jetzt nicht abaimen. Doch, rechts machen die Jungs, da sind die ja vor den Häusern scheiß drauf, die sehen uns nicht. Wo und, Schüsse? Ja, kommt mal hier runter, bitte. Kommt mal bitte hier runter, Jungs, bitte. Kommt mal bitte hier runter. Ja, weil wir hier die Zone-Rand haben. Wir zirkeln jetzt hier unten in die Zone rein, aber easy peasy going. Das wollen wir da oben jetzt da am längsten Zone-Rand. Ich und, ich und Dings sind hier die ganze Zeit so, hier wird keiner angeschossen. Kommt nur runter, danke, danke. Ah, ah, ah. Hä, vor euch? Irgendwo hinter euch, da. Nice, der ist weg. Boah. Ja. Du achl, ich will den Ghillie. Komm, zack, 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 immer weiter hier. Lauf hin, lauf hin, lauf hin. Hier bei mir liegt auch einer, oder was? Was willst du denn? Was willst du, Noob, denn von mir, Alter? Meinst du das ernst? Habt ihr das gesehen, wie der da liegt? Der hat noch gewartet, bis ich stehen bleibe, obwohl ich gerade auf ihn zulaufe. Pff. Schwächling. Geh dich verbuddeln. Ich glaub auf... Ey, solltet mal alle eben kurz gucken. Ich glaub auf Ebay gibt's gerade eine Plate zu verschenken. Der wird die auf jeden Fall so weggeben. Was heißt... Ich bräuchte noch ein paar Boosts und, äh, vielleicht ein bisschen 7er Muni. Den hau ich jetzt mal weg hier. Warum nehm ich jetzt diese verfickten... Egal. Entschuldigung. Wir haben Bock darauf. Hm, jo, ganz viel sogar. Ehrlich, kein Spaß. Oh! Oh! Jetzt kann ich die Boosts nicht mehr. Jetzt kann ich die Boosts nicht nehmen und hau meine Muni weg. Äh. Egal, wir sind am engen Zohn ran. Easy peasy. Hast du noch einen geholt da oben jetzt? Ja, easy, Alter. Insta-Bad. Wie gesagt, wir sollten uns immer schön jetzt ein bisschen auseinanderhalten, damit uns jetzt nicht einer hier gleich aufs Stein wegsprayt. Hinter uns kommt Safe noch was. Also von den Häusern da rechts. Sucht euch alle einen Stein und dann passt das. Das sind ja nicht mehr viele, das sind sechs Gegner. Das ist ja nichts. Ich versuch weiter hier links, weil hier haben wir diesen komischen Erdhügel hier. Da kann man immer gut herglitschen. Da kann halt von hinten... Aber die können doch nicht alle rechts sein, oder? Ich geh mal gucken hier. Hier muss doch irgendwo was liegen, Alter. Äh, drei Leute laufen auf 100. Ja, die kommen unseren Weg hinterher. Ja, genau. Ich hab's gesehen hinterm Stein. Da sind auch welche. Guckt ihr nach fünf. Ich und Ricky machen das hier. Versuch du links zu pieken, ich rechts. Ja. Hab ihn. Einen genockt. Der andere ist hier vorne am Stein noch. Heißt hier vorne am Stein. Ja, hier so. Irgendwo hier, warte. Auf der Markierung. Einer von den Steinen, der ist da gerade. Ich hab den dahinter laufen sehen. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher. Ich glaub der Dicke. Da ist er am Dicken Stein. Habt ihr links von uns? Bitte sagt mir ja, Alter. Ja, guck. Ihr müsst nur nach fünf gucken. Auf fünf irgendwo da am Haus. Komm, ihr geht runter. Wirklich. Wir haben da eben nicht, Alter. Wir machen das schon. Wo ist denn der Typ ausgenockt? Da. So, der hat auch eine M. Der war auf jeden Fall. Der Schuss war auf jeden Fall in meine Richtung. Da vorne ist eine Smoke. Gerade hochgehören, glaub ich. Ja. Auf N. Der ist immer noch hinterm Stein auf 75. Und die Frage, auf welcher Seite der Stoffe piept. Auch M24. Ah, ganz cool. Doctack ist da unten. Ihr seid da, ist alles cool. Der soll doch mal einmal pieken, bitte. Hast du da jemanden gesehen, Doc, bei der Rauchnade? Nee, ne? Irgendeiner liegt da mit dem Gilly. Ich kann den nicht sehen. Es tut mir leid. Ja, scheiß auf den. Ich mach das. Ich weiß, wo der ist. So ein Pisswuren, Alter. Ehrlich. So eine dreckige Missgeburt. Nur am Liegen, Digga. Spine, du Fotze. Da läuft er. Ich hab gepinkt. 230 hinter dem Stein. Vorsicht auf 20 vor uns irgendwo. Hab ich eine Rauchnade? Ich hab keine Rauch. Ja, ich hab keinen, aber ich hol dich trotzdem, Alter. Da am Stein ist der. Ey, auf 350. 350 hinter dem Stein. Ja. Ist der Gilly. Digga, warum bist du ab? Ich muss, weil ich die Waffe wechseln musste. Weil ich, ach, das war topgecheckt. Ich musste abbrechen. Sorry, Bro. Ich dachte, da kommt einer. Hab die Vector rausgeholt. Links läuft ein weißer Gilly. Ja, ich geh. Aber weiß der Gilly ist tot, meinst du? Nein. Doch, doch, oder? Der ist hinterm Tannenbaum, oder? Ja, da ist einer, genau. Da hinten läuft einer. Zonenrand auf 20. Steht der? Ach, der ist auf einmal hinter mir, der Gilly. Der ist am Stein auf 25. Am Stein auf 25. Genau vor mir. Komm, wir nehmen den Gilly. Ich hab den, ich hab den. Nackt, nur noch einer. Halb nackter, genau vor mir. Nein. Weil ich dieses scheiß Standby hier stehen hab. Zack. Ach, Mann. Ich dachte, der Gilly wär tot, Wiki. Deswegen hab ich mich nicht mehr drauf konzentriert. Ich hab, ich hab das nicht gecallt. Das hat einer von euch gecallt. Von rechts wird noch geschossen, Digga. Pass auf. Nein, ich hab mein Stein hier. Na, der kommt jetzt. Am Baum. Der will unbedingt pushen, hier. Der ist bei mir an der Leiche. Da, wo ich dich wiederbelebt hab. Am Baum, Wiki. Zwei Stück. Zwei Stück, ja. Drei. Drei sogar, ja. Wer hat gecallt, ist der Gilly Dornis, Alter. Keine Ahnung. Moin. Irgendeiner hat gesagt, Digga, der Gilly war Dornis. Ja, das hab ich auch gehört. Was ist der Unterschied? Hatten wir auch schon. Er hat der Chat was dagegen, wenn ich mich mal eben ans Fenster stelle und mal eben eine Zigarette rauche. Ich hoffe mal nicht. Also der Stream. Mal eben einmal kurz eine rauchen. Ich brauch noch nicht mal lange. Das sind zwei, drei Minuten. Ich zieh die so weg, die Kippe. Oh, aber seid mir nicht böse. Ist so. Es geht schnell, schnell. Mach ich. Ich bin sofort wieder da. Und jetzt shout mal mal in derashi olabilir. Oh. 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 Vielen Dank. 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 Da sind sie ja schon wieder. Haben sie alle schon... Ha. Ja. Ja. Jetzt wird es aber langsam warm hier. Da muss man ja echt mal sagen. Wirklich? Das würde man doch sehen. Das würde man doch sehen. Oder was? Oder hä? Auf der... Auf der anderen Seite. Gegenüber. Was hat er jetzt eigentlich auf Facebook da reingehauen? Das habe ich mir gar nicht angeguckt. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Nach unten. Ja. Das würde ich auch sagen. Ja. Auf jeden. Äh... Wirklich ist raus? Wirklich ist raus? Wirklich ist raus? Ich gehe da mit runter. Ich gehe da mit runter und ihr holt euch beide Waffen, ja? Ihr springt hier an den Häusern oder so ab. Macht, dass ihr schnell da hinkommt und ich gucke, dass da... Wirklich keiner angreift. Hier Häuser oder die Häuser? Ihr könnt sogar die Häuser hier nehmen. Macht das wie ihr wollt. Nee. Ja, ne. Wirklich ist mit mir. Ich bin direkt... Ich flieg mit ihnen runter. Ich mach auch nix. Da sind einige Leute AFK hier. Eins, zwei, drei, vier... Oh, ich... Ja, aber er kann ja trotzdem wieder reinkommen. Das hat nichts zu sagen. Ich geh mit denen runter hier. Ah, da will einer auch, oder? Wie gesagt, holt euch ne Waffe, kommt hier her. Ah, hier ist eins, zwei... Das seid nur ihr eigentlich, ja? Einer, nee, einer ist auch jetzt hier, der fällt. What? Einer kriegt krassen Storchschaden. Der ist tot jetzt. Weil der irgendwie Reißleining gekappt hat oder was weiß ich. Ich will nicht, dass er nicht geboxt wird. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh, die ganze... Was ist das denn? Oh, hier ist ein Gegner. Nein, der hat mich. Ich bin so ein Dulli, aber Wiki ist noch da. Ich bin so ein Dulli, Alter. Jetzt will der mich boxen. Ihr habt Zeit, ihr müsst nur hierher rennen. Einer ist noch genockt hier. Wiki steht da noch. Der looted mich jetzt. Einfach laufen, lauf einfach auf meine Leiche zu. Einfach auf meine. Der looted mich gerade. Da ist er, siehst du, hol ihn dir. Das ist doch gepostet, Doc. Patchloads, oder? Vorsicht, der hat auch eine Waffe, der hat eine Uzi. Vorsicht. Aber Wiki steht da noch. Das ist gut. Jetzt will der Wiki holen. Ich glaube es nicht. Jetzt will der echt so ein Dulli, Alter. Was eine Ratte. Ja. Nice, Jungs. Der war aber sofort tot. Okay. Warte, ich hole mal ein bisschen Muni noch. Ja, macht easy eine Runde da. Das Bild ist ja richtig geil, was der... ...was der Ben hier geschickt hat. Wenn du das erste Haus lootest und kann nur Aufsätze findest. Hihihi. Heftig. Kann man das sehen? Ja. Das ist so eine Hand mit Aufsätzen. Was du auf den Link gepostet hast. So. Haben wir Mr. Groni jetzt eigentlich mit in unsere WhatsApp-Gruppe geholt, weil der mir auch seine Nummer geschickt hat? Ich glaube nicht, ne? Ach, nee. Jetzt nix mehr Name. Scheiße, man. Das ist auch assi, Alter. Ich sag ihnen, er soll mir die Nummer schicken. Und hab ihn nicht mal eingefügt. Das ist weggelaufen, ne? Wir fluten zu neusam. Hattet, so muss man auch richtig. Big Apple hat noch geschrieben. Der Jakob, moin. Genau, das haben wir auch alles vorhin gehabt. Civic war auch mal kurz am Start. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, Mr. Groni, wie er sein Gamertag war. Na egal, ich denke mal, das ist bestätigt alles noch okay. Was haben wir denn da noch reingefügt? Cobra hat auf jeden Fall einen Follower gelassen. Cobra Austria. Auch geiler Dude. Fehler. Ja. So ist doch alles cool. Werdo, was geht bei dir? Chili Millie. Was? Was? Eine Millie? What? Ach, Chili Millie. Chili Millie. Chili Millie, ja. Was geht mit Sam? Hast du schon mal mit ihm gesprochen heute jetzt? Wegen Division? Ja, der ist vielleicht heute Abend da. Der weiß noch nicht. Ich dachte, der hat da voll Bock drauf. Ja, aber keine Zeit. Real-Life und so. Doch, gib es. Schwör. Alles nur eine Erfindung der Frauen. Gata Nova, Gata Nova. Was war eigentlich der Kneipentour dann, Berlo? Erzähl mal da, wo ihr da mit den Mädels rumgezogen seid. Was soll ich erzählen? Erzähl mal, was ging da ab, deine Müllfandernacht? Ach, das übliche Chaos, ne? Zu forschenen. Oh, die schießen. Hast du wieder ne Bar, ne, ne Bar-Muddy um ihre Tochter erleichtert? Nee, das war nicht. Das war nicht. Der Router also zeigt nicht mal mehr WLAN-Leitung an. Oh, Wiki. WLAN-Leitung tot, sagt er. Kenne ich was von. Kenne ich was von. What the hell? Standard hier bei mir. Standard. Oh, das wäre ganz gut. Oh, Wiki hat eh schon so eine schlechte Leitung, dass sie dann gar nicht mehr funktioniert. Das ist heute. Da vorne steht eins. Da steht ein Auto. Immer nur meckern. Ich tog noch mal kurz in das Haus rein hier. Ey, ganz ehrlich, mein Tätowierer ist so ein geiler Magger. Was der raushaut, ne? So, Leute. Die Dribblers schieben wieder Welle. Unter allen Link verlosen wir, also unter allen Likeern verlosen wir wieder einen 100-Euro-Gutschein. Also Daumen hoch, ihr Schnorrer. Der Bra macht wieder, der Bra macht wieder Business. Pack dein Gehalt ein. Ne, pack dein Gehalt ein. Crime Time. Heute Fuffi-Business für alle Turbo-Stopf-Tabak-Dribblers. Ey, geht so ab, Alter. Ehrlich. Turbo, was? Turbo-Stopf-Stopf-Tabak-Dribblers. Turbo. Verlink deine Mutter. Scharmutter. 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 ich bin ein mp nehmen oder da sind sie auf die candy unterwegs die lachse ich bin ein mp nehmen 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 mp nehmen mp nehmen mp nehmen Ihr müsst sowieso da runter. Solange die euch nicht beachten, dann haut rein da. Da hinten laufen die, ja? Auf 240, 220, ja. Aber schießt nicht, ey. Ich hätt vorhin gesagt, schießt nicht. Ihr müsst noch in die Zone laufen, deswegen müsst ihr gucken so. Ist egal, ihr habt ja noch Platz, aber das Ding ist hinter euch. Ja, guck mal, die sind jetzt da hinten an den Häusern auf Südwesten. Ihr könnt eigentlich den gleichen Weg laufen wie die. Weil die wurden ja auch nicht von rechts angeschossen. Ja doch, rechts ist ne Karschis gerade. Die hat jetzt eben schon geschossen. Aber scheiße, ich würd nicht da hochlaufen. Ich würd lieber runterlaufen, Doc. Warte, du läufst genau in die K-Richtung, guck. Ja, definitiv, ey. Ihr könnt da unten zu den Häusern laufen, das ist schon richtig, wo du hinläufst. Hier vor, einfach zum Haus laufen, das ist noch drinnen. André muss ja am besten auch gleich umdrehen. Weißt du, diese Wand, die Steinwand schützt euch gleich. Wenn ihr nicht sogar Gegner sind. Nicht die Häuser, André, ne? Noch weiter runter am Zonenrand. Ganz links, noch viel weiter links. Die Häuser, ja. Macht einfach einen ruhigen. Wenn ihr da wirklich jetzt auch Bock habt auf Endfight, dann bleibt da in den Häusern, sucht da irgendwie ne Kante oder so. Eigentlich müssten die, wenn ich das richtig sehen, müssten doch diese Steinmauer... Da oben ist ein Gegner, der kommt hier runter, der schießt jetzt. Ja. Deswegen geht da hinten an die Mauer dahinten. Der ist auf 345 Norden. Aber scheiß auf den. Der hat auf jeden Fall einen Scorper am Start. Der ist auch schon in der Zone. Da sind mehrere, ja. Guck, halt gut. Hol durch den Kill. Einen Schiff muss noch runter, einer noch. Ach, kill! Ah, ah. Ja, ihr habt den. Ihr habt den. Jetzt geht hinten an die Wand, Jungs. Ihr steht hier am Stein zu zweit. Geht hinten an die Wand. Ich hab dir viel mehr Deckung auch. Der ist am Baum vorher. Hier an die Wand, ja man. Perfekt. Das so, ich hab dir viel mehr Deckung. Da oben laufen die anderen los. Da laufen noch welche, André, wo du eben hingeguckt hast. Achso, du bist das. Ich meine, Dings. Du kannst die hier nicht sehen. Du kannst die von... Da an der Rauchneld. Du musst ein bisschen weiter nach links, hier an die Ecke. Dann kannst du durchgucken. Aber André, pass auf, ne. Die anderen Häuser vor euch, die in der Zone sind, da sind auch Gegner, ne. Auf 285 die Häuser. Die laufen jetzt alle in die Zone rein. Die sind direkt vor euch. Da vorne. Vor der Zone läuft der. Auf einer Seite. Lauchgaming. Was geht? Moin. Und... Cool, dass du auch mal wieder am Stab bist. Lo... So lobig mir das. Der ist tot. Ja, was geht. Äh, paar Chicken-Dinner-Farm, ne. Bisschen was hier die Community tun hier. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Ziel vor uns. Wenn wir das schaffen bis Sonntag... Ja, oder sagen wir so, wenn wir es bis Sonntag schaffen, 100 Follower voll zu kriegen, dann werde ich Sonntag in 24 Stunden Stream machen. Nehmen die irgendwo auf den Stein oder so. Und... Und... Jo... Machen wir Sonntag in 24 Stunden Stream und jeder Stream-Sniper, der mich killt und auch richtig tötet... Ah, da hängen wir so. Bekommt... Euro. Nehmen die auf. Wo? Auch hinter der Mauer bei uns, ey. Was war denn? Wiki hat Internet-Probleme. Der kommt wahrscheinlich gerade gar nicht bei uns. Ja, hinter uns an der Mauer war der. Berdo, willst du mitmachen? Hm. Zwei Stück. Be... Ber... Ber... Berdo? Jo. Jo. Wir können denn noch den... Den Dings einladen. Also wenn Berdo nicht mehr... Können wir den... Äh, wie heißt der? Big Apfel. Big Apple. Dann muss ich mir... Mal... Noch schnell ne PS4 kaufen. Kappa. Ja, gönn dir. Aber du kriegst mich nicht. Kriegst du mich nicht. Mich kriegt keiner. 24 Stunden lang ohne ein Tod. Das... Wenn ich das schaff, dann glaub ich hab ich Weltrekord geschafft, Alter. Hm... Ähm... Ich mach... Wie gesagt, jetzt kommt mir kurz wieder der Blue Screen, weil ich die Leute einlade. Nicht wundern. Ist kein Bildausfall oder so. Hm... Der Big... Und der Civic... Ja, aber der spielt hier Division, der Verräter. Division. Ne, anstatt sich nur hier mit uns... Ich hab vorhin, musste vorhin wegen ihm Division ausmachen. Weil er sagte, Scheißspiel. Und jetzt... Macht er dann. Wie gesagt, geht sofort weiter. Eben kurz warten, dass die Leute drinnen kommen. Und dann geht's weiter. Da ist der Apfel. Hallo, hallo. Ja, moin. Komm ran hier. Ich muss dich erstmal auf stumm schalten, dein Stream. Ich hab dir die ganze Zeit zugeguckt. Ach so. Ja, cool, man. Danke. Cool, cool. Ja, normal. Hallo. Ich muss dich ja auch schön als Zuschauer supporten, wa? Ja, muss. Wenn nicht, dann Beine brechen. Beide Beine viermal. Genau. Einen Moment. Ich starte das Spiel eben noch. Ich hatte ein anderes grad am Laufen. Und dann bin ich schon dabei. Jo. Und wen hab ich noch eingeladen? Ich glaub Civic. Mal gucken, ob der Civic auch Bock hat. Online ist er ja. Ich hab immer Bock. Ich hab immer Bock. Ähm. Gibt's eigentlich fast nie, dass ich keinen Bock hab. Oder halt der Bärlo. Wer drückt denn da so die Knöppe so wild? Nein. Was machst du? Ich hab die Aufträge mal durchgeguckt. Alle deswegen. Ach so. Ganz schön durchgerattert hier. Wie gesagt, für alle Zuschauer. 100 Follower voll. Sonntag. 24 Stunden Stream. Jeder Streamsniper, der mich killt, kriegt einen Euro. Echt? Der muss mich nicht nur killen, der muss mich auch finishen. Also komplett beides tun. Wenn ein Teammate mich killt und er mich finish hat, hat er damit nichts zu tun. Der muss mich killen und finishen. Sonntag. Können wir alle ganz fett im Kalender schreiben. Ich sag das jetzt auch zu André, dass er das auf meiner Seite schreiben soll. André, tu mir mal den Gefallen und schreib mal bei mir auf der Twitch-Seite das Event für Sonntag. Wie gesagt, bei 100 Follower, wenn wir die vor Sonntag erreichen, werden wir einen 24-Stunden-Stream machen. Und jeder Streamsniper, der mich killt und finisht, kriegt einen Euro. Genauso kannst du das von mir aus bei Twitch auf meine Seite schreiben, damit die Leute Bescheid wissen. Die dann mal auf Luki-Luki machen. Das ist doch mal ein Event, was ich sehen lassen kann. Oh, jetzt kannst du mich in deiner Crew dazu fü- Ja, Handy. Du bist genauso schnell wie die Playstation, um Bescheid zu sagen, dass ich ne Einladung hab. Schreib mal den Bär, du. Der Big Apple wieder am Start. Ey, wir mach jetzt einfach ne Runde an, so. Ich will die alle nicht so lange warten lassen. Klar. Und bei Niklas ist der Router komplett ausgefallen, oder was? Ja, bei Wiki irgendwie, ja. Krass. Was noch? Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Auf Wiki wird ja sowieso gewartet. Ja, wir spielen jetzt erstmal ne Runde. Machen wir erstmal weiter hier. Wenn mir das Event jemand klaut, ne, dann lach ich ihn aus. Ist so. Hahaha. Das wär aber dann echt, ganz ehrlich, das wär billig, wenn das einer klaut. Ja, was heißt klauen, aber das ist auf jeden Fall meins. Das hab ich hier live vor meinen Zuschauern gesagt, die wissen das, weißt du. Ja. Ich wünsche mir, dass das so ein großer Schwung kommt. Ehrlich. Da wird's auch am Sonntag nicht auf Wins gehen, da wird's nur darum gehen, mich zu beschützen. Hahaha. Und was ich verlange von, was ich verlange von jedem Teammitglied, das werde ich Ihnen gleich noch erzählen. Ist so. Jedes Teammitglied hat da ne persönliche Aufgabe. Ich hab ne richtig geile Idee für Sonntag, ne richtig geile Idee. Wie gesagt, wie ihr Zeit habt, müsst ihr gucken. Die ersten vier sind immer die besten vier. So mäßig. Ich, da, ich will da auch mal, ich will, wir werden mal gucken. Wir reden dann nachher nochmal in Ruhe drüber, wenn der Stream aus ist. Boah. Ich glaub, das sind noch acht Follower oder sieben jetzt. Wir haben ja auch schon wieder welche in Follow da gelassen. Kanister, für ein Euro macht sich keiner die Mühe. Für fünf Euro wäre es eine Ansage. Alter, Kanister. Wenn du mir jetzt 100 Euro überweist auf mein PayPal-Konto, dann mach ich auch fünf Euro. Überleg dir das mal. Ich spiel 24 Stunden lang. PUBG. Und da ist ein Euro keine Mühe. Da kannst du auch ganz so gerne mal 100 Euro draus machen, weil wieviel Runden ich da auch immer runter gehen werde. Ja komm, naja, Picado hab ich eigentlich keinen Bock, Alter, aber egal. Geben wir... Haar Forza sagt, wir gehen hier hin. Dann gehen wir da hin. Keine Ahnung, ich war da auch noch nie, glaub ich, ein Chuchamera. Ah, der Dude kommt mit, okay. Ah, Mexiko ist gut. Ich hoffe, dass das die leider nicht, der mich nicht anbelangt ist. Siehst du, mal ein Euro reicht, Alter. Ein Euro, ich mach das gleich immer über PayPal, zack zack. Auch von mir? Ich schenk dir Leuten die Kohle. Ach so, ne? Das wird sowieso keiner schaffen. Da geb ich Briefe und Siegel drauf. Keiner wird das schaffen. Keiner wird das schaffen. Keiner wird das schaffen. Keiner wird das schaffen. Glaub ich auch nicht, dass das jemand schafft. Warum nicht? Scheitwort Papier, Scheitwort Papier. Der Kalister haut raus. Wie gesagt, Kalister, wenn du mir für 100 Euro schickst einmal erhöhe ich auch vielleicht auch 5 Euro. Aber sonst? Das ist ja mein eigenes Geld, ne? Ich bin kein Streamer, der hier die dicken Patten verdient. Ey, dich jetzt irgendwie... Ich hab, wie gesagt, ich hab noch... Ich will gar nicht sagen, was... Ich hab ja bis jetzt schon einiges eingenommen, so, aber... Das ist ja auch... Wie gesagt, ich hab ja gesagt... Überredet man ja dann nicht. Redet man nicht so wirklich, aber... Für die Stream-Verbesserung. Ja, ist eigentlich für die Stream-Verbesserung gedacht. Aber sowas für 100 Follower, dann kann man das auch mal machen. Und das werde ich auch auf den Community-Seiten posten. Ich hau damit... Ich mach damit richtig Werbung. Weil ihr müsst so denken, die... Die... Die Leute, die einschalten, die feiern... Äh... Die werden... Tun mir ja auch was Gutes, weil sie einschalten. Deswegen. Und die müssten ja eingeschaltet sein, um mich... Ach, bin ich durfte jetzt mal die Granate. Um mich zu Stream-Snipern. Oder meine. Ich hab schon alles versehen. Der hat nicht die Waffe genommen, der hat direkt die Granate genommen. Ärgerlich! Wann hat die sich dann geworfen? Naja, nicht schwimmen. Es gibt doch mehr. Ich finde, ein Euro ist schon viel für den Stream-Sniper. Ja, ist auf jeden Fall schon ordentlich. So, der kann mich ja 10.000 Mal holen am Tag. In 24 Stunden, wie viele Runden kann man starten, ne? Wir sind ja meistens auch immer im Endgame dabei. Also... Ich denke mal schon, dass das ein kleiner Ansporn ist. Wieder ein kleiner Streamer. Wenn ich... Wenn ich... Montana... heißen würde, dann würde ich auch sagen, 25.000 Euro den ganzen Abend. Wer es am meisten schafft, mich zu killen, kriegt 2.000. Der dritte... So, aber... Die Kohle habe ich nicht. Die verdiene ich nicht. So. Da... Deswegen glaube ich nicht, dass ich da irgendwie was falsch mache. Wenn ich Sachen Euro... Ja, das ist schon ganz richtig. Also... Die Leute, die dann schreiben... Also jetzt... Du, Kalissa, das kommt ja aus unseren eigenen Reihen. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich dann irgendwie bei... In den Gruppen... Ein Euro ist, denkst du... Mach's mal nach. Also die Idee ist auf jeden Fall meine. Und die bleibt auch meine. Wir wollen ja auch was für unsere Hater tun. Von daher... Schicken wir denen einen Euro hin. Ja. Da muss wirklich für jeden was tun. Kann ja nicht nur für die wahren Leute. Kann ja auch mal für die... Nicht künftig freuen, Leute. Ich könnte jetzt auch sagen... Ey komm, ich verlose zwei... Zwei... Zwei PSN-Karten. Ja, wow. Was bringt das? In 24 Stunden Stream? Soll ich dann alle 2 Stunden eine PSN-Karte raushauen? Oder... Das ist doch lächerlich. Da... Muss doch ein bisschen was passieren. Klar. Das... Lohnt nicht. Ding dann lieber... Über den ganzen Tag... Ich hab ja auch gesagt... Jeder von meinen Zuschauern... Soll mir Ideen schicken, was er sehen will oder so. Hat keiner gemacht. Das ist meine Idee. Wird durchgezogen. Dann weg, du aber wer da ist. Ich weiß gar nicht. Sind hier überhaupt welche mit runter gegangen? Ich glaub nicht, oder? Gibt's hier gar nicht. Jetzt fehlt mir rein. Theoretischen Helm. Hier ist noch einer. Bei mir. Ist noch einer. Bei mir. Ich bin ja eh in der Nähe von dir. Oben. Einzelhelm hier oben. Auf meiner Etage, wo ich gerade bin. Alles klar. Ach, da liegt der. So ein schwarzer Helm. Den sieht man kaum auf dem schwarzen Helm. Na, aber ich hab mir schon gedacht, dass du, ob du den findest oder nicht. Das wird ne Frage sein, ja. Da da da. Ja, zum Glück wird das in weißer Schrift angezeigt dann. Auf dem Silo warst du noch nicht drauf? Ne, ich bin extra ein Zweiter gelaufen. Ah, ok. Sonst wär ich ein Zweiter gelaufen. Wär auch kein Problem gewesen. Ne, ich muss mir doch hier die Zweierweste gönnen. Ah, hab ich schon. Hier ist noch Zweierweste drauf. Hab ich auch schon. Ah, hier wär auch ein Helm gewesen. Wahnsinn. Aber nur ein Einer. Boah, ich hab richtig lange geschlafen. Ne, ich war, ich bin erst um 15.30 Uhr aufgestanden. Ok. Weiß nicht, ich hab ja heute morgen noch gezockt mit euch. Und dann hab ich dachte ich so gut, gucke ich noch ein bisschen Fernsehen. Wenn du böse gejagt wirst und drei, vier Kills in der Stunde bekommst, kann das schon dreistellig werden. Stimmt. Aber wie wahrscheinlich ist das? Ja, das ist es ja. Es ist halt nicht sehr wahrscheinlich. Aber letztes Mal haben uns Leute gestreamt, die sind dreimal nacheinander mit uns gleich abgesprungen. So, ne. Und darum geht's ja. Ich will die ja auch nur, du weißt ja, das ist ja auch ein bisschen Propaganda, ne. Das hört man doch auch, oder? Aber die sind ja dann auch dreimal hintereinander direkt gestorben. Ja, normal. Das ist halt, wenn man versucht zu nehmen. Ich hab hier noch Schnellwechselerweiterung hingelegt, bla bla bla. Äh, was denn für eine Erweiterung? Ah, ja. Aber nur Schnellwechsel. Also nur Schnellwechsel, nicht Erweiterung. Achso, ne, ne. Da hab ich schon erweitert. 3er Scope hab ich noch, Rotpunkt hab ich noch. Rotpunkt, das würd ich gerne nehmen. Ja. 3 hab ich auch noch. Weil ich spiel nicht so gerne mit dem Holo-Visier. Was haben wir denn noch hier schönes? Die nehmen wir rein, das sind viel zu viele. Da reicht mir die eine. Schrot brauch ich nicht. Das, äh. Hat jemand schon was zum snipen? Dann hätte ich mich ein 8er-Visier über. Hm, ich hab schon ein 6er. Nee. Zwei 1er-Rucksäcke noch. Tactical Stock kann ich abgeben. Patronengurt wie eine K kann ich abgeben. Ja, ich hab jetzt ne M416 und ne AK. Dann kannst du meinen Tactical Stock haben. AK würd ich sogar tauschen gegen meine UMP, wenn du willst. Na, die hab ich sowieso schon getauscht gegen die UMP. Das ist ja nicht schlimm. Ich dachte ja jetzt so. Ich wusste jetzt nicht, welche Waffen deine Favorites sind. Mit der AK kann ich eigentlich echt... Ja, wenn ich böse gejagt werde, das mein ich ja. Deswegen sag ich ja. Und das geht ja darum mein ich ja. Weil ein Euro ist dann doch schon viel. Für mich auf jeden Fall. Ey, wenn ich alles andere sage, würde ich lügen halt. Ist ja jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie... Keine Ahnung. 2000 Euro schon eingenommen hab. Und sag, ey kommt Jungs. Ich bin am geiern. Sondern... Da kann schon... Da kann schon einiges passieren. Deswegen. Und wenn ihr... Wenn ihr in irgendwelchen Gruppen seid auf Facebook. Haut das da gerne rein. Schreibt das da gerne rein. Die sollen mich ja jagen. Das... Da hab ich ja Bock drauf ne. Und ich hab halt auch Bock drauf, dass die alle in meinem Stream abhängen. Um nur mich zu snipen. Mir halt auch mal vielleicht ein Follow drücken oder so. Das ist halt auch so mein... Ich könnte das ja mal in die PS4 Community reinballern. Ja, hau rein. Kannst du rein. In die Deutschland-Community. Gehst du auf meine... Dann hau ich das da auf jeden Fall rein. Ja, gehst du auf meine Dings-Seite. Auf meine Twitch-Seite sagst du hier. Der Streamer Elle. Ja, und verlink die direkt damit. Ja, verlinken brauchst du mir nicht wirklich. Also ich feier's euch. Aber du kannst halt meine... Meinen Stream kannst du halt verlinken. So meine ich, weißt du. Klar ist alles Eigenwärmung und so. Sagst du hier großes Event. Geht zwar nur um einen Euro, aber das halt 24 Stunden lang. Ich glaub dann verstehen die das. Wenn die sich darüber lächerlich machen, dann ist es so. Dann kann ich damit leben. Dann kann ich echt viel gehen. Jeder Euro ist sein... Ne? Ist immer was wert. Man darf nie sagen, das ist billig. Ja, wer den Cent nicht... Wie ist das? Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert? Oder irgendwie sowas? Ist doch nicht irgendwie sowas? Genau so war das. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Also wer heutzutage schon Cent wegschmeißt, der hat auch keinen Euro verdient. Ganz ehrlich. Was haben wir denn hier? Weil wenn man das wirklich mal so über ein ganzes Jahr spart, ne? Das wirklich so... Mal weglegt. Nur die Cent-Stücke, was man am Ende des Jahres... Also ich hau die Sachen jetzt wieder weg, ne? Dreierscope, Rotpumpt, Patronenburten... Rotpumpt? Ja, Rotpumpt und Schaft behalte ich für dich. Achso, alles klar. Brauchst du davon irgendwas? Umpen-Magazin dabei? Äh, ne. Aber das hab ich hier... Aber nur einen Schnellzugriff hab ich hier bei mir. Braucht noch jemanden neuen Millimeter, Muni? Joa, kann ich gebrauchen auf jeden. Na gut, dann bring ich den... Ich nehme hier halt alles an Muni gerade mit, weil ich hoffe, dass ich noch ne Vector finde und... Für AK hab ich auch einiges, aber ich muss halt irgendwie was ergeben. Den kann ich da rauf machen. Dann kann der weg. Da hab ich das und das drauf. Dann komm ich hol die 7er weg. Hallo, hallo. Ja, moin. Hallo, hallo. Moin. Ich muss jetzt mal kurz weg, ich bin gleich wieder am Start. Ja, aber ich hab dir eben schon angeschrieben, ob du Bock hast mitzuzocken, wir sind jetzt gerade nur zu dritt. Ja, hab ich, aber ich muss jetzt leider los. Ja, Mann. Bis später. Bis später. Joa, bis später, bis gleich. Das sieht so zontechnisch aus. Wir brauchen ja schon 5 Fahrzeuge. Können wir vielleicht noch vorsichtshalber mitnehmen, was? Weil die Zone jetzt echt so weit springen sollte. Du willst... Den haben... Den haben... Den haben... Das nicht... Zack... Zack... Scheint ein 3MP liegt hier noch... Könnte ich sogar spielen, sehe ich gerade... Ich komm mal wieder rein hier... Wo ist der? Hier hinten... Hier... Hier... Einer... Plus... Ich bin auch echt K.O. merke ich gerade, Alter... Bei 1€ jetzt, ja... Da ist halt ein gewisses Risiko für mich dabei, Kanister... Da hast du es schon richtig erkannt, ne... Auf den ersten Blick denkt man, ja 1€ Billo... Aber... Da kann schon ein bisschen was passieren, ne... Ich weiß gar nicht, was wir machen jetzt... Ich hab gar keinen Bock jetzt hier rum zu pushen... Wie so ein Irrer... Das heißt ich, wir können... Looten brauche ich eigentlich auch nicht mehr... Ich hab eigentlich alles... Sanitasche... Vielleicht brauche ich noch ein bisschen 7-Armonie... Und ein bisschen 5-Armonie... 7 habe ich da eben gedroppt, ne... Aber ohne Ende... Über 100 Schuss habe ich da oben gedroppt... Hier ist das... Hier ist noch ein Magazin für die UMP... Erweitert... Oh ja... Äh... 107-Armonie kann ich hier geben... Ich brauche die nicht... Hier... Hier liegt das... Wiki King, was ist los da? Kommt mal ran hier! Wir brauchen noch einen Spieler! Streaming ist voll! Immer noch 15 Leute am Start! Kommt mal ran! Am besten sollte... Am besten sollte... Am besten sollte King mich bei ihm ablösen... Dann kann ich ihn hosten... Dann kann ich mich auch noch mal duschen... Noch mal was essen... Mich wieder frisch machen... Dann können wir die Nacht durchziehen... Wenn das weiter so läuft... Mit zu viel Zuschauern... Jetzt ist... Merkt ihr gerade die Luft raus, ne? So ein bisschen ruhig... Bisschen... So... Keine Ahnung, ob es immer noch anschaulich ist... Konzentriert... Ja, konzentriert auf jeden Fall... Das stimmt... Aber ich bin nicht konzentriert... Auch wenn sich das so anfühlt... Aber das Auto spawnt doch niemals da, oder? In dem Busch... Niemals... Ist ja safe hier irgendwo... Welche in der Nähe schon sein... Oh, wo mein ich... Airdropp! 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 Wir können mal schön schräg hochlaufen... Dann geht's wenigstens schnell... Ja, umso mehr... Die Leute hier reinschreiben, umso mehr kann ich wieder wach werden. Auto? Ach, das ist Randy. Das AirDrop ist hier vor uns auf 95. Ah, das ist echt ein Stück weit weg. Ja, das ist schon ordentlich. Ah, der liegt da vorne auf der Straße. Oder nee, der geht noch hier vorne runter sogar. Seht ihr das? Oh ja. Das ist schon da. Also so weit ist das auch nicht weg. 200 Meter oder so. Könnte immer in die Richtung laufen. Krass ja nichts. Guck, man kann ihn von hier ja fast absnipen, ne? Ja. Das ist ja eigentlich kein Problem. Wenn sie gleich auf dem Berg stehen. Ja, genau. Machen wir so. Dann haben die da hinten schon echt Probleme. Den Skiri ist gerade wach geworden. Poh. Noch ist da keiner dran. Wenn wir jetzt nicht von der Seite von hier zu sehen. Ich kribbel jetzt wieder. Hinter mir läuft jemand. Aber er ist ein Braber. Nicht so einer wie gestern. Das war echt gemein. Ist immer noch keiner dran gewesen am Airdrop. Oder ist das... Naja. Oder es denken sich mehrere. Man kann das von oben gut absnipen. Doch irgendwo einer auf dem anderen Berg steht. Naja, da ist bisher noch keiner gewesen. Hier unten ist ein Fahrzeug. Ich fahre da jetzt alleine hin. Damit du nicht... Wenn nicht alle drauf gehen... Fährt gerade ein Auto hin. Fährt gerade eins hin? Ja. Da vorne ist ein Auto. Da vorne ist ein WP-Bus. Ich habe gepinkt. Ah, da. Da sind Leute, glaube ich, drin. Fährt auf jeden Fall da hin, ja. Ich bin halt immerhin den Airdrop im Auge behalten. Wenn nicht wir ein bisschen höher gehen, dann sehe ich den... Seht ihr den Airdrop komplett, ja, ne? Ich sehe den halt nicht. Bei mir ist der halt im Berg verschwunden, sondern im kleinen Loch verschwunden. Ist sowas besser. Ich sehe den, ja. Ey, die sind auch angeschossen worden. Von anderen. Da sind Gegner an dem Haus. Die sind jetzt reingegangen. Um auf dem Balkon einer. Da läuft ein Gegner auf 120. Der läuft zum Haus hin gerade. Noch einer, das ist ein ganzes Team. Das Ding ist, ich verballer meine ganze Muni hier. Gucken, was die Zone gleich sagt. Hat nicht viel Sinn, hat nicht viel Sinn. Links kommt ein Auto. Jungs. Auf der Straße hier. Ist ganz schön schnell unterwegs. Das kann ich auch noch nennen. Schön ein paar Mal gehittet. Einer ist noch hinterm Auto da bei diesem blauen Ding. Können eigentlich erst mal hier noch bleiben. Aber ich weiß nicht, wie sieht es bei euch mit Muni aus. Ich habe jetzt noch 30 Schuss zum Nachladen. Ich werde jetzt erstmal nicht mehr schießen. Für meine M4 habe ich auch nur noch 30 Schuss. Und jetzt haben die Lackungslein vom Aufwand gesichtet. Nachkampf kann ich noch gut was machen. Ja, lass uns da oben zum Haus hin. Zu den Verband Rauchgranaten. Na, ich lasse das so. Kommt ihr mit, ne? Hier zum Haus? Holen wir uns die erst? Ja, klar. Sind alle unterwegs. Ist nur der Erste, der ankommt. Musst aufpassen. Ja, klar. Kenn ich doch. Die sind wahrscheinlich hier alle reingerannt. Ob die oben sind, ist die andere Frage. Ich glaube eher... Ich glaube nicht. Ich habe ihn oben auf dem Balkon. Ja, ich habe ihn einiges, ne? Ja. Hat jemand... Ah, das war der andere, nice. Wir bräuchten noch... Ich bräuchte einen Molli unbedingt. Siebener, das brauche ich nicht. Die Handkanate nehme ich noch mit hier. Hier, der hat nur Siebener und eine Zweierweste. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussieht. Einen Molli. Den nächsten, den ihr holt, ne? Lasst mich den mal bitte mit dem Molli finishen. Hier ist noch ein Viererscoup draußen. Den nächsten, den wir holen, den müsste ich noch mit dem Molli finishen. Dann habe ich meine scheiße full. Hier müssten auch noch welche sein. Weil er musste beide finishen. Ich habe zwei Sanitaschen sogar. Die kommen von draußen. Die laufen hier vorm Haus rum. Oder drüben in diesem langen Häuschen. Ich habe gerade noch gehört. Na, er war gleich tot. Ja, ich glaube, drei waren es auch immer. Oh, hier ist immer ein Schuss eingeschlagen. Ich hatte auch noch mal Vierer und alles. Braucht jetzt noch jemand grüne Muni? Ja, könnte ich irgendwas gebrauchen auf jeden Fall. Der eine hat hier noch eine K. Warte, ich habe hier mal einen drauf. Wo bist du? Ja, 180 Schuss, das konnte ich jetzt davon aufnehmen. 120 oder so, oder 125. Ich komme hier unten rein, warte. Warte, hast du noch Platz im Rucksack? Nee, ne? Wofür? Ja, weil ich brauche die nicht. Ich habe da zwei. Ja, da passt. Was schießt der denn da? Der hat aber einen in der K. Ihr müsst aufpassen, ich weiß nicht genau, wo der hinschießt. Grüne Marker. Oben im Nordosten vor uns, sagt der. Oder nee, warte mal. Ah ja, da genau, oben auf dem Berg, da auf dem Gratzwein. Ja, oben, so im Nordosten. Einer hält. Eine kleine Hütte vielleicht? Ah, ist gut, dass er pinkt. Wir sind wenigstens von wo. Da, bei der Halle oben, ne? Oh, mein Mann, keine Oh. Jetzt fährt der mit dem Motorrad weg. Zone moved. Ja, der eine haut mit dem Motorrad gerade ab, auf dem wir geschlossen haben. Oh, wir müssen ganz woanders hin. Hier wieder rein. Sind da unten die Häuser drin? Warte mal. Ich muss mir da eben irgendwas überlegen, wo wir hingehen. Die Hallen sind da noch. Das Motorrad nicht wieder angehalten? Eigentlich könnten wir wieder runter zur Straße. Ey, komm, wir laufen wieder runter zur Straße hier. Ich bin aufmerksam, das Motorrad hat wieder angehalten. Ja, kommt hier mit lang, kommt mit mir. Da läuft er. Er aimt auf uns. Ich seh den, er läuft da. Läuft er im Berko. Hab ihn getroffen, einmal. Läuft zu dir, Fausa, pass auf. Hier, bei mir. Zwei Stück, auf dem Pink. Zwei Stück. Die sind zwischen euch da, an diesem Berg. Die sind beide richtig weak. Ich hab die so oft getroffen schon gerade. Die sind vor euch so gesehen, da unten drunter, wenn es wieder runter geht. Ja, ja. Ich hab die beide echt gehitten, die heilen sich beide. Eigentlich müsstet ihr mal näher ran da. Es ist nur noch einer, ne? Boah, es sind immer noch zwei. Ihr müsst auch hier in die Zone kommen. 30 Sekunden noch. Sollen sie kommen. Wird eingenockt, da, unser Randy. Denkt daran, die müssen laufen. Ja, warte mal. Da passen wir, die müssen auch immer welche in der Nähe sein, ne? Klar, hier ist full, aber ich mach das ja extra für euch auch, dass ihr hier in Ruhe herkommen könnt. Also, dass ich euch von hinten, also falls jemand schießt, auf euch Deckung gehen kann. Aber hier sind wir in der Zone, hier bleiben wir erstmal. Hier machen wir nicht viel. Oben an der Halle war eben jemand, der ist runtergelaufen. Bei uns in den Hallen. Weil da oben die Hallen würde ich jetzt noch in Ruhe lassen, da haben die gerade geballert. Lass uns ruhig mal hier an diesem kleinen Weg bleiben. Ja, die sind gerade den Berg weiter rüber. Die sind gerade da verschwunden. Wir warten eben, lass die Links gleich kommen. Weil einer ist, den einen hat der ja jetzt geholt und gefinisht. Der andere ist hier irgendwo, der muss hier oben irgendwo nicht auftauchen. Jetzt unten auch welche. Mal gucken, ob wir die sehen. Ne. Sehe ich nicht. Guck mal, was sagt die Zone? Wir müssen rein, die Straße lang. Also können wir den anderen jetzt hinterherlaufen. Da steht einer. Schnaping, 175. Ja, warte, nicht diesen, nicht diesen. Läuft grad links weg. Ja, wir laufen denen hinterher jetzt, wenn die uns nicht gesehen haben. Ist das wahrscheinlich klüger. Wir haben halt nicht so viel Deckung hier jetzt. Wenn uns jetzt welche entdecken, haben wir da vorne smoken die schon. Hier vor mir ist ein Airdrop. Ja, schicker. Oh, das. Ja, das kann nicht sein, Alter. Ich schieße 30 Mal gegen Worms. Ich kann nur rennen so. Ach, das kickst du nicht. Ehrlich, ich schieße 30 Mal gegen Worms. Den einen hole ich da so locker weg, ey. Den einen wüschten, ne. Ja, jetzt kommen die anderen auch. Von hinten irgendwie. Ja, überall. Wir hätten denen vielleicht doch näher rangehen sollen. Ich hab gedacht, ich hol die alle weg. Aber ich hab so veraimt die ganze Zeit. So ging's mir auch. Ja, deswegen, die müssen aber beide laufen eigentlich. Lauf mal ein bisschen. Ja, lauft, lauft, lauft. Ehrlich. Selbst die da hinten sind noch nicht mal in der Zone. Ich weiß zwar nicht, was der Typ da versucht, aber... Phase 5, ihr müsst laufen, Forsa, du musst laufen. Phase 5 ist das. Ihr seid an der längsten Zonenseite mit. Wenn du Glück hast, ja, das war's. Das war's. Das war's. Nicht zu schnell. Scheiße, 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 scheiße. Ich steck die Waffe weg. Nein. Auf der langen Seite kriegt man die nicht mehr. Nicht auf der Karte. Nicht auf dieser Karte, es geht nur auf E-Candy. Ganz ehrlich. Ja, oder auf E-Range, ne? Äh, nicht E-Range. Äh, Sanok. E-Range. Ja, genau, nach Sanok. Aber der Randy schafft das. Mal gucken, vielleicht bewirbt er sich gerade bei Team Lux. Mal sehen, wie er denn noch kommt. Mal sehen, wie er denn noch kommt. Ja, russisch. Ist er ein Russe. Ja, hört sich schon an vom Namen, ey? Ich hab gerade Profit von ihm geguckt. Ah, die Russkis sind gut. Ich werde letztes Mal auch nicht sagen. Steht russisch, steht frei. Oh, jetzt hat er gerade gesehen. Scheiße, jetzt muss er noch sogar hinlaufen. Ich geh mal eben essen. Da steht er, da steht er da oben am Anhänger, Junge. Am Anhänger, am Anhänger. Aber... Ist gut. Naja, aber scheiß drauf. Er will die Deckung haben hier. Ist schon richtig richtig. Nicht schlecht. Auf jeden Fall hat er es noch gut hingekriegt. Grenade? Naja, die kommt nicht. Boah, die kommt ganz schön nah hier vorne. Boah, der wird noch einen. Holy shit. Glück, 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 Glück. Oh, jetzt kommt er. Nein, die Zone. Ha, Spielbereich. Schade, schade, schade. Aber es war nicht schlecht. War auf jeden Fall nicht schlecht von ihm. So, jetzt schauen wir mal eben. Den ganzen Tag haben wir gar nicht geguckt, was die Rangliste sagt. Ich habe bestimmt gemerkt, dass wir ihm zugucken. Weil keiner das Spiel verlassen hat. Hm. So. Was ich mir hab da zu mache? Boah. Platz 95 ist der Heddy. Noch vier Siege, dann bin ich bei meinen 100 Wins. Läuft doch. Schau mal mehr. Was will man mehr her? Kann man eigentlich nicht mehr mehr wollen. Oh, das ist so wie die Hartz-IV-Liste hier. Also, sorry. Nichts gegen Hartz-IV. Aber die Liste hat nichts zu sagen, weil hier kriegst du nur Punkte, wenn du viel spielst. Hier kriegst du nicht für die Siege mehr Punkte oder irgendwie sowas. Sondern das ist total lächerlich eigentlich, die Liste. Das sollten wir auf jeden Fall noch beändern oder bearbeiten. Ja, das ist ja nur für diesen, für diesen Pasta. Boah. Jetzt müssen wir, ey, ich kann ja nicht jetzt wieder die ganze Zeit warten hier. Der Berlo hat ja gesagt, er kommt wieder. Wo ist er denn hin? Berlo weiß ich nicht. Wo ist er? Der Dings ist, äh, Vorsorge, kurz essen. Ich würde das halt alles auch gerne machen. Deswegen würde ich halt hoffen, dass der King online kommt. Weil dann könnt ihr weiter mit King spielen. Dann kann ich ihn hosten. Dann können wir danach wieder die Zuschauer übergeben. Oder, wenn die Zuschauer nichts dagegen haben, machen wir einfach zwei, drei Stunden Pause. Und machen später weiter. Das könnte man auch tun. Ich weiß jetzt gar nicht. Uptime. Bin jetzt seit fünf Stunden dabei. Hm, wann haben wir denn angefangen? Es ist halt die Frage, wie wir es machen. Aber ich brauche auch echt mal eine Pause, merke ich gerade. Duschen, gehen, essen. Es ist 18 Uhr. Ja, ich würde sagen, krass viele Zuschauer mit zehn Leuten. Das ist echt heftig. Deswegen mache ich immer ungern den Stream aus in solchen Momenten. Weil ich auf euch angewiesen bin. Ähm, ja, der King kommt ja leider nicht. Der Shop. Ähm, lass mal gucken hier. Das, 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 das. Aber das ewige Warte ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Das ist jetzt nicht wirklich gut, nee. Nicht wirklich. Das ist jetzt eigentlich. Mmh. Hm. Okay. Fühl dich bloß nicht gezwungen so lange zu streamen, bis keiner mehr zuschaut. Es ist dein Stream und das Leben geht weiter, wenn du noch was erlegen musst. Ja, ja, nicht wirklich. Danke auf jeden Fall für die Aussage. Aber ich habe ja nichts vor so mäßig, aber mein kleiner, er liegt da drüben auch. Deswegen, ich würde mich da einfach ein bisschen zulegen, kurz chillen, was essen. So ein bisschen einfach nur ruhig machen, halt. Ich merke halt selber so, bei mir ist er ein bisschen, boah, ein bisschen down. Das liegt aber auch an meiner Erkältung. Deswegen, und ich drücke halt immer die Daumen für meine Jungs, zum Beispiel der KingStyles. Der ist ja kurz vor seiner Affiliate, also vor diesem Twitch-Partnerschaft. Der braucht halt noch ein paar Follower, so ein paar Zuschauer. Und wenn ich denen dann mal so eine Menge, so ne 9 oder 10 Leute darüber haue, wie jetzt gerade noch vorhanden sind, das pusht sein Profil übelst, ne? Weil er braucht irgendwie 3,0 Zuschauer im Durchschnitt. Und, ja, wenn du dann abends immer nur 3, 4 Zuschauer hast, klar hast du dann auch einen Durchschnitt von 2, 3 Leuten, aber das ist halt immer zu wenig, um aufzusteigen. Deswegen würde ich ihn halt gerne mal so einen Schwung von 9 Leuten draufhauen, weil wenn er dann den ganzen Abend streamt und dann nicht mehr 9 Leute da sind, hat er trotzdem einmal 9 gehabt und das reicht, um locker 3, 4 im Durchschnitt zu haben. Deswegen bin ich halt so, ich würde ihn halt gerne supporten. Aber er ist auch halt gerade erst aufgestanden. Gucken wir mal, was er schreibt. Das ist aber meistens so. Ja, ich mache auf jeden Fall mal eine Pause. Steht hier auch immer in meinen Streamzeiten, dass ich eigentlich um 18 Uhr anfange zu streame und dann halt, äh, dann halt durchziehe. Aber der King schreibt mir halt auch gerade. Es kann sein, dass er mal eben kommt. Ich weiß es nicht. Gucken, was er jetzt schreibt. Aber wenn er den Stream anhaut, dann schicke ich euch mal eben rüber. King ist halt auch ein mieser, guter Spieler aus unserem Hauptsquad. Er erinnert heute nicht mehr im Stream, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich fahre gleich irgendwann zu meiner Freundin. Ach so, er wird zu meiner Freundin, ja. Das geht natürlich vor, ne? Ja, Mann. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Ich feiere das immer wieder. Ja, wie gesagt, das ist unglaublich, was ich hier mittlerweile an Zuschauer manchmal am Start habe. Ihr gebt mir Kraft. Ich mache mich ein bisschen weg, haue mich ein bisschen aufs Ohr oder so, kuschel ein bisschen mit meinem kleinen, ess was, dusche. Und später bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Ich kann nicht genau sagen, wann. Wie gesagt, das wäre dann gelogen. Aber ich werde, es kann auch sein, dass ich um, in der ein, zwei Stunden da bin. Es kann sein, dass ich um drei, vier Stunden da bin. Es kann auch sein, dass ich heute Nacht um zwei wieder anhau und durchziehe. Ihr kennt mich. Verrückter Lachs. Nachts sind sowieso meistens die Irren von uns am Start. Aber ich danke jedem Einzelnen immer wieder, dass ihr einschaltet und immer wieder, dass ihr hier rumhängt, dass ihr hier gute Laune vertreibt und verteilt. Das mit Sonntag steht, wie gesagt, jeder Stream-Sniper ein Euro, der mich killt und finisht im 24-Stunden-Stream. Werden wir es schaffen, bis dahin 100 Follower vollzukriegen. Ja, ich sag mal, damit verabschiede ich mich. Und echt, danke an euch, Jungs und Mädels, dass ihr so kräftig dabei seid. Haut rein, schönen Abend noch, ja. Bis später. 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 Vielen Dank.